Müsste jetzt alles laufen. Gut, hat ja auch nur 20 Minuten gedauert. Und dafür, dass ich normalerweise immer der bin, der total technisch gut vorbereitet ist, hat es heute bei mir grandios daneben gehauen. Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren illustren Episode unseres Busbastler-Podcasts. Heute kriegen wir eine geklebt. Hallo erstmal, Christian natürlich. Guten Tag, ich freue mich darüber sehr, dass es bei dir mal nicht hingehauen hat. Sonst bin ich nämlich immer der Penner, der zu spät kommt oder bei dem das Mikro nicht funktioniert. Hatten wir übrigens auch, aber ich freue mich darüber. Ja, richtig, einige geklebt, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, das hört Andreas, unser grandioser Gast, sicherlich nicht zum ersten Mal. Lieber Andreas, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer, wie, was, warum und wenn ja, wie viele? Oh, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen, mittendrin statt nur dabei. Ja, mein Name ist Andreas Vesper, ich bin bei der Sika Deutschland zuständig im Marktfeldmanagement für den Bereich Caravan Aftermarket und Marine. Also auch Klebendichten rund um die, ja genau, Käpt'n Iglo, genau. Ja, und das heißt, ich betreue da unsere Großhandelskunden, wie auch, ich sag mal, unseren Vertrieb, wenn es um Produktmanagement-Fragen geht, Marketing, Kommunikation und so weiter und so fort. Und ja, soweit so gut und zu mir privat vielleicht noch zwei kurze Sätze. Also ich bin selber Camper, habe einen T5 ausgebaut mit einem Dachzelt drauf und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Demnächst mit der Familie auf dem Campingplatz. Zwei kleine Kinder wollen bespaßt werden und ja, wie gesagt, seien wir froh, dass wir wieder raus dürfen. Sehr cool. Was hast du für ein Dachzelt? Das ist von iCamper. Tolle Setup. Sky Camp 2.0 oder wie heißt das Ding? Ja, dieser, wie heißt das? Rocky Beach Special Edition. Rocky Black. Rocky Black, also diese grisselige Urea-Beschichtung, die da oben drauf ist, so anti-kratzfest und hau mich blau. Ja, sehr geil. Da kriege ich ein bisschen Wehmut, weil ich hatte ja auch ein T5 und ich habe auch dieses Dachzelt jetzt auf dem Terrano drauf. Und ich war aber im ersten Urlaub mit dem Dachzelt auch mit dem T5 drunter unterwegs. Und das ist ein sehr, sehr cooles Setup. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich habe mir jetzt oben die Isomatten oder die Matratzen, die da drin waren, ausgetauscht gegen ein paar fette 10 Zentimeter Selbstaufbau-Matratzen. Und mittlerweile schläft meine Frau mit den Kindern lieber oben als unten im Bus. Ich darf dann immer unten liegen, wo es hart ist. Also wir machen dann getrennte Betten. Vater schnarcht unten nach dem zweiten Bier und Frau und Kinder schlafen dann oben. So ist das bei uns. Christian, hör dich nicht. So weg. Da. Hallo und herzlich willkommen beim Dachzelt-Nomaden-Podcast. Mein Name ist Tino Vogel. Sehr schön. Wenn wir schon mal den großen Herren von Sikaflex da haben, reden wir natürlich nicht über Dachzelte, sondern wir haben eure Fragen da draußen gesammelt, in ein achtseitiges Pamphlet gepackt. Und das werden wir in den nächsten 16 Stunden jetzt alles, sehr gut, in den nächsten paar Stunden jetzt durchackern. Ich freue mich da sehr drauf, weil diese Fragen erreichen uns tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich selber kann auch immer nur drauf verweisen, hier steht in der Bedienungsanleitung, lese dir das genau durch und dann mach halt einfach und gibt es aber trotzdem Fragen, die ich dann leider meistens immer nicht beantworten kann. Deswegen sind wir sehr froh, dass du heute hier bist und hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkle aus der Kleb-und-Dicht-Hölle. Nein. Ja, ich würde sagen... Kopf und Kragen, mal wieder. Ich mach mir jetzt aber als allererstes... Ich meine, die Leute, die jetzt zuschauen, wir haben es 13.22 Uhr. Ich habe mir ein alkoholfreies Jemafan aus dem Kühlschrank geholt. Schleichwerbung. Ja, natürlich. Wir machen ganz offensiv Werbung, ist gar kein Thema. Ganz schäbige Produktplatzierung. Ja, das soll passieren mit solchen komischen Logos vor einem künstlichen Hintergrund. Ja, gut, aber ich meine, ich sage immer, ich werde dafür bezahlen. Also nicht von uns. Ja, das stimmt auch leider. Gott sei Dank. Hat er jetzt leider gesagt? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Wo ist dein Christian? Vielleicht habt ihr einen Kaffee rausgelassen. Ja, hier. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Sehr gut. So, in diesem Fall auch quasi keine Bierpräsentation, weil wir uns alle selbst versorgt haben. Man merkt tatsächlich, dass ein bisschen die Treffen fehlen. Die Versorgung mit Podcast-Bier ist ein bisschen holprig. Und dazu kommt noch erschwerend, dass Christian irgendwie kein normales Bier mehr trinkt, sondern nur noch alkoholfrei ist. Also, falls ihr Bier-Sponsorings machen wollt da draußen, denkt an Christian. Ich trinke das mittlerweile übrigens auch ganz gerne, nicht? Nicht jedes. Also dieses Jebo mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber es gibt durchaus sehr leckere, alkoholfreie Biere mittlerweile. So, damit aber jetzt endlich mal zum Thema Kleben und Dichten, oder? So, jetzt hatten wir ja den Dachzelt-Nomaden-Podcast. Jetzt hatten wir den Verband der Deutschen Bierbrauer-Podcast. Und jetzt steigen wir ein in den Kleben-Podcast. Genau. Also, Frage Nummer eins. Wann kleben und wann dichten? Und was ist der Unterschied? Ja, das ist schon direkt der Klassiker schlechthin. Kleben und Dichten. Es gibt ja auch so Produkte von nicht näher genannten Wettbewerbern, die heißen sogar so, klebt und dichtet. Also, gerade beim Dichten, eigentlich der richtige Unterschied ist so beim Dichten zum Beispiel, schon die erste Frage, will ich das nochmal auseinanderkriegen? Weil so ein, ja genau, dankeschön. Immer Salz in die Wunde streuen hier. So, also der Punkt ist halt der, wenn ich jetzt irgendwas wieder abkriegen will, wie zum Beispiel eine Dachhaube, ein Seitenfenster oder eine Steckdose. Ja, also hier ist ein CE-Außenstecker-Gedöns. Und will das nochmal jemals wieder abkriegen, dann will ich das ja nur dichten. Ich habe da aber vielleicht noch eine mechanische Fixierung und ich will gar nicht, dass das Adhesion aufbaut, also Haftung zu beiden Seiten, weil sonst reiße ich das ja kaputt, wenn ich das auseinanderbaue. Oder ich habe Schwierigkeiten, das überhaupt auseinanderzukriegen. So, dann ist eher sowas wie ein Butyl-Dichtstoff. Das kann ein Butyl-Tape sein. Das kann aber auch, wie gesagt, ein Butyl wie unser Sikalastomer 710 sein oder irgendwas von einem Marktbegleiter oder was auch immer. So, das heißt, das ist ein Dichtstoff, der härtet nicht aus. Also so ein Butyl ist halt wie so ein Kaugummi. Das ist einfach so eine Masse. Das kennt ihr wahrscheinlich auch gerade so an Seitenfenstern ist das immer sehr beliebt. Und gerade wenn es heiß wird, führt das dann auch dazu, dass das vielleicht auch mal raustropft oder sich rausdrückt und so weiter und immer so ein bisschen beppig und klebrig ist. Das ist so ein Dichtstoff auf Butyl-Basis. Es gibt natürlich auch Dichtstoffe auf Basis zum Beispiel von Polyurethan oder auf Basis von MS-Polymer oder auf Basis STP, wie es bei uns heißt. Das sind halt Produkte, die härten chemisch aus wie so ein Badezimmersilikon. Die sind erst eine Paste, das ist ja mal wie Zahnpasta und dann kommt halt Luftfeuchtigkeit so als Reaktionspartner und dann wird der Kram fest. So und dann ist natürlich wichtig, dass wenn das fest wird, will ich ja, dass es halt auch zum Untergrund haftet, weil sonst kommt da ja das Wasser durch. Weil in den Fällen habe ich dann vielleicht nicht noch eine zusätzliche Verschraubung, Verklemmung oder sonstige Geschichte. Das heißt, da muss ja der Dichtstoff dann den Job übernehmen, sozusagen die Teile sozusagen untereinander dicht zu halten, damit das Wasser da nicht reinkommt. Und das ist schon mal der erste wesentliche Punkt. Also die Frage beim Dichten, will ich das nochmal jemals auseinanderkriegen? Ja, nein. Oder soll das dauerhaft dicht sein? Und mit dem Kleben und Dichten, der Unterschied ist einfach der auch, wie zu Hause auch, wie soll das Produkt ein Gewicht tragen? Also wenn ich was abdichte, dann dichte ich ja meinetwegen zum Beispiel gegen Wasser, gegen Staub, gegen Fahrgeräusche, wie eine Windschutzscheibe zum Beispiel. Ist ja so eine klassische Klebeanwendung, die sind alle verklebt, die Windschutzscheiben heutzutage. Ich will halt kein Wasser im Fahrzeugraum haben, ich will keine Windgeräusche da drin haben und ich will da auch kein Dreck drin haben. Und dann klebt das und dichtet auch, aber hier ist der Fokus natürlich auf die Klebeanwendung, weil das ist ja ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ja, keiner will bremsen und auf einmal fliegt einem die Scheibe von der A-Säule runter. Genauso der Airbag hat ja auch eine Funktion, drückt sich teilweise auf der Beifahrerseite gegen die Windschutzscheibe, also muss das Ding auf jeden Fall drin bleiben. Und in dem Moment, wo ich was klebe, also gerade sowas wie Solaranlagen, Satellitenschüssel, irgendwelche Schienen am Fahrzeug, Dachgepäckträger, also überall, wo ich eine hohe Last habe, ja, auch in einem Crash oder auch durch die Fahrbewegung, dann ist das, ist der Fokus auf Kleben. Und ein Klebstoff, das ist jetzt der letzte Satz zu dem Thema, wenn ich die Datenblätter nebeneinander lege zwischen einem Dichtstoff und einem Klebstoff, dann werde ich bei einem Dichtstoff nie einen Wert finden, der wird dort immer fehlen. Und das ist der sogenannte Zugschärffestigkeitswert. Das ist also der Wert, den zwei verklebte Körper sozusagen in der Schärbelastung haben. Das ist ein Wert, den ein Konstrukteur braucht, um eine Last zu berechnen. Ja, dann brauche ich ja auch eine entsprechende Klebefläche. Wenn ich weiß, der Dachgepäckträger wiegt X, Crash wirken die und die Kräfte ein, dann muss er ja eine gewisse Klebefläche haben, damit das eben auch hält. Und dieser Wert fehlt prinzipiell bei Dichtstoffen immer. Ja, also wenn ihr ein Datenblatt habt, wie zum Beispiel Sikaflex 2,21 und legt Sikaflex 2,52, das ist ja dann der Klebstoff daneben. Bei 2,52 ist ein Zugschärffestigkeitswert im Datenblatt, bei 2,21 ist das nicht drin. Und das ist einfach dadurch auch gedacht, weil 2,21 eigentlich im Prinzip gar nicht gedacht ist, dafür irgendwas zu befestigen, sondern nur zum Abdichten. Es gibt natürlich Leute, die da trotzdem was mit kleben, ja, aber dafür ist es eigentlich nicht gemacht worden. Also ich sagte eingangs, da hatten wir noch nicht auf eine Aufnahme gedrückt, ja, mit der Scheibe Wurst kann man auch viel Unfug machen. Da sagt der Metzger auch dann, dafür ist es nicht gemacht worden. Und wir sehen das natürlich auch, dass die Leute immer wieder fragen, ja, wie klebe ich mit 2,21 was an? Das ist die Frage schon falsch, ja, weil das Produkt einfach dafür nicht da ist. Okay, also bevor wir aber gleich in die einzelnen Produkte kommen, um das auch ein bisschen aufzuräumen. Wenn wir jetzt hergehen würden und sagen, okay, ihr habt einen Kleber, wie viel Gewicht klebt denn so ein Kleber? Fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein. Ja, der wesentliche Wert bei dieser Zugscherfestigkeit ist in Newton pro Quadratmillimeter und man kann ungefähr sagen, so 10 Newton, sagt man so ungefähr, ist ein Kilo. Und wenn ich jetzt so einen Wert habe, jetzt nehmen wir mal so einen Standard elastischen Montageklebstoff, ist jetzt auch völlig egal, welches Produkt. Sagen wir mal, hätte ich da eine Zugscherfestigkeit von 2,5 Newton pro Quadratmillimeter. Das heißt, ich habe dann eine Klebkraft von 250 Gramm pro Millimeter, also ein Päckchen Butter auf Deutsch gesagt, was ich an den Millimeter hängen könnte. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ich da halt eine entsprechende Kleberaupe habe, einen Meter lang und Zentimeter breit, dann sind das natürlich viele, viele Tausende Quadratmillimeter. Quadratmillimeter und das ist dann halt auch der Grund, warum so eine elastische Verklebung halt sehr gut hält, weil ich einfach eine große Klebefläche habe. Also jetzt auf einem Millimeter, das kennt ihr auch, wenn ihr mal irgendein Plastikspielzeug habt, was zerbrochen ist und ihr versucht, das Stoß an Stoß wieder zu kleben, geht das ja meistens schief. Warum? Weil die Klebefläche einfach zu klein ist. Das kann gar nicht funktionieren, selbst mit dem besten Sekundenkleber nicht. Ja, also das ist so der Wert. Also ich sage mal, beim Kleben, wir machen es halt nicht so wie beim Schweißen oder Nieten oder Schrauben, dass wir halt eine große Last in einen Punkt einleiten. Ja, sagen, ich habe hier zwei Schrauben und jetzt hängt das Gewicht an zwei Schrauben. Sondern wir kleben dann halt über eine Fläche und dadurch tragen wir halt eine große Last über eine Fläche ab und kommen dann auch wieder da in die Festigkeitsbereiche, wo halt auch das Geschraubte oder Geschweißte halt ist. Und damit gehen wir auch schon direkt in die Produkte ein, weil ich jetzt die ganze Zeit so drauf warte. Los, komm, jetzt sag diese drei magischen Zahlen. Drei? Das sind drei Zahlen. Was bedeutet, also welche Bezeichnung gibt es bei SICKA, die wir vor allen Dingen im Vanlife-Bereich wahrscheinlich am häufigsten verwenden sollten und verwenden dürfen? Ja, genau. Der Punkt ist eigentlich gut mit dem Verwenden dürfen, weil es gibt nämlich da einen sehr großen Unterschied vom Gesetzgeber. Also das hat sich auch nicht SICKA überlegt und das betrifft auch alle anderen Anbieter. Also es gibt natürlich im gewerblichen Bereich, also im Bereich Fahrzeugbau, gibt es natürlich viel mehr Produkte, die verwendet werden dürfen als beim Privatanwender. Weil man einfach als Gesetzgeber sagt, okay, der Privatanwender, der hat da keine Ahnung davon, was zum Beispiel Isozianat ist oder was halt bestimmte Lösemittel sind und so weiter. Und deswegen hat er halt bestimmte Grenzwerte halt für Privatkunden sozusagen eingezogen, während im gewerblichen Bereich, jetzt denkt man ja, wie gewerblich, also acht Stunden Lösemittel einatmen kann doch nicht gesund sein. Da gibt es aber dann wiederum Arbeitsplatzgrenzwerte zum Beispiel und Vorschriften, wie viel Lösemittel darf an einem Arbeitsplatz sein. Das wird auch gemessen von Berufsgenossenschaften, Betriebsärzte schauen da drauf und so weiter. Das heißt, ein Gewerbetreibender wird auch viel besser geschult, wird besser kontrolliert und so weiter und so fort. Und da sagt man halt, jemand, der halt regelmäßig damit Umgang hat, darf damit mehr. So, also jetzt im privaten Bereich ist das dann halt so, gibt es ja speziell diese IQ-Produkte, also da hinten 221i, 252i. Also daran erkennt der Privatanwender, das sind Produkte für mich, das gibt es auch im Schiffbereich, im Marinebereich gibt es 291i, 292i, also immer wo hinten das i dran ist. Das ist einfach eine Technologie, wo dieser Isozianat-Anteil so weit reduziert ist, dass es halt für Privatkunden wieder okay ist. Also da ist im Prinzip weniger als 0,1 Prozent drin, also so gut wie nix. Und dann gibt es auch noch die 500er-Produkte, das kennt ihr vielleicht so von unseren Marktbegleitern von den MS-Polymeren. Die fangen dann halt bei uns mit 5 vorne an und die sind komplett kennzeichnungsfrei, da ist dann auch kein Isozianat drin und so weiter und so fort und die darf man dann auch einsetzen. Und es gibt natürlich auch gewerbliche Kunden, die diese Produkte einsetzen, weil das hat ja nicht weniger was mit Arbeitsplatzsicherheit zu tun, sondern um die speziellen Eigenschaften dieser Produkte, aber da kommen wir wahrscheinlich dann auch drauf. Da kann ich auch schon einen kleinen Ausblick hier so ein bisschen exklusiv geben, Trommelwirbel, Trommelwirbel, weil wir sind ja jetzt hier mitten in der Sortimentsplanung fürs nächste Jahr. Und diese Geschichte mit, ja wann nehme ich 200er Sikaflex-Produkte, wann nehme ich 500er Sikaflex-Produkte, hat mich auch dazu veranlasst zu sagen, wir räumen da ein bisschen auf und ab nächstem Jahr gibt es nur noch diese 500er-Produkte. Also das wird dann halt einfacher sein für den Privatanwender, weil es gibt dann halt nur noch einen Dichtstoff und einen Klebstoff und dann gibt es natürlich noch ein Butyl und Silikon und so weiter. Aber ich sage mal, es wird nicht mehr die Frage geben, wann nehme ich 521 UV, wann nehme ich 221i und so weiter, weil es ist natürlich für den Privatanwender ein bisschen verwirrend und das straffen wir jetzt ein bisschen. Ja, nee, das hat auch historische Gründe gehabt, das würde jetzt hier zu weit führen, aber das hat so auch mit der Unternehmensgeschichte von Sika ein bisschen zu tun und wie halt bestimmte Sortimente mal entstanden und gedacht worden sind. Und ich sage mal, so ein Produktsortiment ist halt auch so ein lebender Körper, auf Deutsch gesagt, genauso wie ein Fahrzeughersteller auch sagt, okay, jetzt brauche ich da mal eine Sitzheizung oder eine Klimaanlage oder, also es entwickelt sich alles weiter. Und wir haben halt gedacht, okay, wir nutzen halt jetzt die, ich glaube, über zehn Jahre ist das jetzige Sortiment im Markt und ich denke, so nach gut zehn Jahren kann man da mal was Neues machen. Lass uns das auch gleich mal runterbrechen und wenn du sagst, es gibt dann nur noch einen Klebstoff und nur noch einen Dichtstoff, das heißt ja im Prinzip, ich kann mich ja jetzt schon auf diese zwei Produkte mehr oder weniger fokussieren. Welche beiden sind das dann? Ja gut, die neuen Produkte gibt es ja noch nicht im Markt, die werden jetzt erst eingeführt, also wenn ich jetzt Namen sage, könnte ich auch machen, aber die kann keiner noch nirgendwo kaufen, weil die sind in keinem Katalog, die gibt es nicht bei Amazon, also nirgendwo. Also ich habe sie auch hier schon stehen, ich könnte sie zeigen, aber ich will dem jetzt nicht vorgreifen, weil sonst ist der Handel wieder traurig, dass ich Sachen im Internet erzähle, von denen sie noch nichts wissen, weil die Leute rufen dann da an und sagen, ich habe gehört. Also im Prinzip kann man sagen, es ist die Weiterentwicklung von dem 521 UV, das ist ja jetzt der Dichtstoff, witterungsbeständig, das heißt also wenn ich da irgendwas weiß abfuge, ausnahm Auto, dann bleibt das auch über viele Jahre weiß und vergilt nicht. Und dann gibt es ja einen Klebstoff dazu auch, das ist der Sikaflex 552 und die beiden Produkte haben wir sozusagen jetzt general überholt und die wird es dann halt mit einer anderen Nummer sozusagen mit besseren Eigenschaften dann für nächstes Jahr geben. Das ist also sozusagen ein gepimpter 521 UV und gepimpter 552 und ich kann mal zum Beispiel sagen, was ist da gepimpt zum Beispiel, also der neue 521 UV, der eine andere Nummer hat, der ist zum Beispiel dann auf Fungizid eingestellt, das heißt, wenn ich den in der Außenfuge habe, kann da nichts mehr drauf rumgammeln. Also wenn da einer sein Auto irgendwie im Herbst unter so eine Vollgarage packt und ist noch feucht und schmutzig und dann hat er zwar den Schimmel überall im Auto und auf dem Auto, aber nicht auf der Fuge. Wie sieht das jetzt aktuell aus? Welche Produkte sind das jetzt, just in diesem Moment, die man genau für sowas empfiehlt? Also was ist für uns das beste Dichtmittel und welches für uns das beste Klebemittel? Ja, ich würde so jetzt von meiner eigenen Anwendungserfahrung auch sagen, also 521 UV ist eigentlich so der Premium Dichtstoff, wo ich im Prinzip auch außen wie innen alles mitmachen kann, weil der halt eben halt, ich sage mal, das ist ja auch das Thema, wo wir nachher noch drauf kommen, dieses Thema Primer los und so weiter und so fort. Also weil der Privatanwender, ich habe da immer so dieses Thema, ja, okay, wenn ich jetzt sage, nimmst du einen Primer, dann ist vielleicht die Performance von dem Produkt am Ende ein Tick besser, aber wenn die Leute den Primer nicht richtig verarbeiten, dann haben sie auch nichts gewonnen. Ja, so mal abgesehen davon, dass das Geld kostet und so weiter und so fort. So, also 521 UV wäre so das Produkt, wo ich sage, okay, wenn man sich davon eine Kartusche irgendwo in den Keller packt oder in die Werkzeugkiste, damit kann man so ziemlich alles am Fahrzeug dann dichten. Und zum Kleben, wenn es jetzt um Solaranlagen gehen würde, ich meine momentan auch in Klebesets, ja, ich würde sagen 552, 552 AT. Also es gibt den 552 auch noch in zwei verschiedenen Varianten, auch das macht es kompliziert, aber das räumen wir halt alles auf. Aber jetzt, wenn jetzt einer sagt, okay, einmal dichten, einmal kleben bitte, 521, 552, fertig. Und was hat das dann damit auf sich, dass die Leute immer nur von, was war es, 125i, glaube ich? Nee, 221i. 221i, genau. Und 2,52i. Ja, der Hintergrund ist halt auch so ein bisschen von der Handelspositionierung oder wie halt solche Produkte eingeführt worden sind. Also als diese IQ-Geschichte vor zehn Jahren kam, war das natürlich eine Sache, die auch einen kommerziellen Hintergrund hat. Man muss halt Folgendes wissen, also wenn man jetzt so zehn Jahre zurückgeht und sich da Rohstoffpreise angucken würde als Chemiemensch, würde man sagen, okay, PU oder die Polyurethan-Technologie ist ja eine der weit verbreitetsten Technologien. Ja, Kaltschaummatratze, Kühlschrankisolierung, die ganzen Dashboards, der Sitz, auf dem du sitzt, der Schaum ist garantiert aus Polyurethan. Also alles Mögliche ist ja aus PU, Lacke am Fahrzeug sind aus Polyurethan und so weiter. Und deswegen ist das halt eine sehr verbreitete Produktchemie und halt auch entsprechend preiswert. Also die Industrie hat da ein Interesse dran, weil es ist halt billig und kann was. Und dementsprechend gab es dann auch immer einen preislichen Abstand zum Beispiel zwischen 2,21i und 5,21uV. 2,21i kriegt man teilweise im Baumarkt, Online-Shop, also ich könnte jetzt einen Namen sagen, wäre wieder Werbung, für 8,95 oder 9,95 im Internethandel. Und 5,21uV kostet halt 2 Euro mehr und nicht irgendwie, weil wir die Leute ärgern wollen, sondern weil das Produkt auch teurer in der Herstellung ist. Und diese Mehrkosten in der Herstellung geben wir weiter an den Handel, der Handel weiter an den Privatkunden, dann kommt noch Mehrwertsteuer drauf und deswegen kostet dann 2 Euro mehr. So, und jetzt hat sich das aber geändert, weil gerade jetzt im Moment ist es ganz schlimm. Also die Rohstoffpreise sind sehr gestiegen und es gibt eigentlich fast keinen preislichen Unterschied mehr zwischen Polyurethanprodukten und MS-Polymeren oder unseren 500er-Produkten. Also macht das überhaupt keinen Sinn mehr zu sagen, okay, wir legen jetzt diese 2,21i-Geschichten neu auf, weil die wären genauso teuer wie die 500er-Produkte, sind aber für den Privatanwender schwieriger anzuwenden, weil man tendenziell mehr primern muss. So, und dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich da sozusagen Fehlerquellen minimieren kann und Kosten sparen kann, sozusagen auch als Privatkunde, weil ich halt eben keinen Primer brauche, dann kann ich auch gleich sagen, dann nehme ich diese 500er-Produkte. So, und die heißen halt beim Marktbegleitern dann halt MS-Polymere und bei uns heißen die halt STP, aber das muss man sich alles nicht merken. Ich sage immer einfach 500er-Serie, das ist so wie 3er-BMW, ja, das ist, oder C-Klasse oder jetzt muss ich noch irgendwas von Audi sagen, A4 oder Opel Insignia, sonst sagt wieder einer, das wäre Werbung gewesen. Oder irgendein anderes Auto dieser Welt, ganz tolle Autos gibt es auf dieser Welt, ja. Das ist die krasseste Werbesendung, die wir jemals hatten. Ich glaube, wir müssen Werbeblendung reinbeschalten. Genau, ich glaube auch. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde auch, du hast es gerade richtig gut angesprochen, auch ein Thema, was viele Leute beschäftigt, was mich auch sehr lange beschäftigt hat. Ich komme so ein bisschen aus dem Kfz-Bereich und das ist diese Primer-Geschichte, diese Vorbehandlung der jeweiligen Materialien, bevor ich irgendein Dach einbaue, Seitenfenster oder, oder, oder war es auch immer so, dass, wo ich mit Vanlife angefangen habe, da habe ich gesagt, ja, anrauen reicht, fertig, drauf den Kram. Ich hatte aber nicht dabei bedacht, dass, dass ich, ich komme halt aus der Oldtimer-Restauration oder halt auch aus dem Kfz-Bereich. Wir haben, egal was wir am Fahrzeug geklebt haben, wenn es, wenn es soweit ging, so, ob das Sicherheitseinrichtungen waren oder sonstiges, wurde da immer geprimert. Ja, das war absoluter Standard. Heutzutage ist das so, wenn ich zum Ausbauer fahre, mich mit denen unterhalte, alle Primern auf jeden Fall. Kannst du zu dem Thema, gerne auch zum Thema Primern im Privatbereich, macht das Sinn, wie wichtig ist das, was nutzt man dafür, wie funktioniert das mit dem Primern denn überhaupt? Kannst du da uns ein bisschen in diese Materie kurz einführen? Ja, ich versuche es, ich versuche es. Also, da steckt ja viel, viel, ja, ich stecke viel Technik hinter. Im Prinzip ist es, ich vergleiche es immer mit dem Schrauben. Wenn ich irgendwas in die Wand dübel, muss ich mich ja auch damit beschäftigen. Also, wenn ich jetzt Dübelhersteller bin, ja, dann, und einer fragt, ja, wie soll ich denn jetzt hier da was in der Wand befestigen, dann werde ich ja auch immer sagen, was ist das denn für eine Wand, ne? Ist das eine Gipsfaserplatte, eine Gipskartonplatte, ist das eine Ziegelwand, ist das ein Ytong-Stein? Was ist denn das, ja? So, und dementsprechend nehme ich natürlich auch den richtigen Dübel dafür, weil sonst hält das ja nicht. Da kann die Schraube noch so toll sein, Edelstahl hast du nicht gesehen, Werkzeugstahl, ja. Wird einfach nicht halten, weil einfach der Dübel nicht der richtige ist. So, und beim Kleben ist das genauso. Das ist auch ein Unterschied, denke ich jetzt mal, ob man jetzt zum Beispiel von der Lackschiene kommt, zum Beispiel die Lacker, ne? Hier mit Grundierung, Füller und so weiter. Für die ist das völlig normal, dass wenn die so ein Lack irgendwo auftragen, dass die da was vorher machen müssen, damit der Lack drauf hebt. Und der Lack wiegt ja nicht besonders viel. Wenn ich aber jetzt so aus dem Bereich vielleicht so privat komme und habe da meinen Alleskleber oder meinen Sekundenkleber, ja, oder meinen Lösemittelhaltigen, sagen wir mal sowas wie Patex, ne, für Schuhsohlen anzukleben. So, dann brauchen diese Produkte alle eben keinen Primer und keine Vorbehandlung. Und dann denkt man sich, naja, wenn das im Haushalt so geht, dann kann das doch bei so einem Profi-Klebstoff nicht sein, dass ich da noch mehr machen muss, weil der kostet doch so viel, ja. Und wenn das im Fahrzeug baut und so weiter und so fort. So, und ich denke, da prallen schon mal so zwei Welten aufeinander. Also für einen Lackierer im Werkstattbereich ist das völlig normal, wenn der klebt. Oder auch im Karosserie-Lackbereich völlig normal, dass der da primert, weil er es ja beim Lackieren auch macht. Und der Privatmensch sagt, Primer, was? Hä? Ja, so. Und es ist natürlich aber auch so, wenn ich auf eine Rie-Gips-Platte gehe oder auf eine Gips-Karton-Platte, jetzt habe ich schon wieder Werbung gemacht, es gibt natürlich auch Gips-Platten von Knauf, ja, unter vielen anderen tollen Herstellern, so. Also, wenn ich auf eine Gips-Karton-Platte gehe und will da irgendwas drauf machen, zum Beispiel einen Putz, ja, da muss ich das ja auch vorher grundieren, ja. Weil halt diese Gips-Platte nicht tragfähig ist, die ist staubig und dann fällt halt mein Putz ab. Und genauso ist das beim Kleben auch. Der Primer macht nichts anderes, als den Untergrund haftfreundlich zu gestalten, weil der Klebstoff ist halt doof, der weiß ja nun mal nicht, worauf ich klebe. Und jetzt muss man sich den Primer oder den Aktivator vorstellen wie so ein Reiseadapter, ja. Ich habe einen Schuko-Stecker und jetzt komme ich irgendwo hin, da passt der Stecker nicht. Ich fahre in die Schweiz und stelle fest, mäh, geht nicht rein, der Stecker in die Dose. Und da ist jetzt im Prinzip der Primer mein Adapter, der stellt dann halt eine Verbindung her zwischen dem Klebstoff und dem Untergrund und dann passt das. Und Primer sind meistens sehr so, also zumindest bei Sika sind das so Haftlacke, zum Beispiel auf Polyrothan-Basis oder auf Epoxidharz-Basis, die natürlich dann halt für Klebstoffe einen entsprechenden freundlichen Haftgrund haben. Die haben noch einen weiteren Vorteil, dass wenn ich jetzt eine raue Oberfläche habe, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Aluminium. Ich habe Aluminium-Oxidschicht drauf, habe das angeraut, dass es wieder schön glänzt. So, dann habe ich da ja so Rautiefen unter dem Mikroskop drin und der Primer läuft da halt wie so eine Suppe rein und macht das alles schön glatt. Ja, und dadurch erhöhe ich dann für diese Paste, was ja der Sika-Flex ist, erhöhe ich einfach die Klebefläche. Man muss sich das sonst unter dem Mikroskop vorstellen, wie so der Mount Everest, ja, Berg und Tal. Und der Klebstoff ist halt dickflüssig in dem Fall und der läuft dann nicht in die Löcher rein, der Primer aber schon. Und dadurch hat der Klebstoff einfach mehr von diesen Quadratmillimetern, von denen wir da vorher gesprochen haben. Deswegen hält es dann auch besser, weil ich einfach mehr Klebefläche habe. Also ich erhöhe einfach die Klebefläche auf derselben Stelle durch Primer zum Beispiel. Muss man denn immer Primer, egal mit welchem Material? Woran macht man das fest? Steht das auch in der Bedienungsanleitung? Ja, also es gibt da sowas sehr Spezielles von Sika. Ich glaube auch nicht, dass es das von jemand anderem noch gibt. Das ist diese sogenannte Vorbehandlungstabelle. Die haben wir auf unserer Caravan-Webseite, billige Eigenwerbung, sika.de slash Caravan. So, da gibt es so einen Bereich Dokumenten-Download. Und da gibt es Vorbehandlungstabellen, sowohl für die 200er-Serie als auch für die 500er-Serie. Und da gehe ich einfach rein und sage zum Beispiel, ich will auf dem Fahrzeuglack was kleben. Und das andere ist meinetwegen Aluminium eloxiert, also meinetwegen so eine Schiene. Und dann kann ich sagen, okay, bei Alu muss ich das machen oder muss da halt nichts machen. Da steht dann vielleicht auch einfach nur entfetten. So, dann weiß ich halt, okay, das muss halt staubfettfrei sein. Und das andere muss ich vielleicht primern oder so. Und dann funktioniert das auch in der Regel. Das sind natürlich Empfehlungen von uns, weil es gibt natürlich 5 Millionen Fahrzeuglacke und es gibt 5 Millionen verschiedene Kunststoffe und so weiter. Generell sagen wir natürlich, also im Industriebereich läuft das ja so. Ich habe ja da eine Sälenfertigung. Und dann kommt der Hersteller zu uns und sagt, liebe Firma Sika, mach da mal eine Prüfung. Ja, dann nehmen wir Teile mit, prüfen die einen Monat lang. So lange dauert der Test wirklich, ja, also drei, vier Wochen. Und dann haben wir einen tollen Prüfbericht. Für den zahlt der Kunde auch nichts. Das ist Teil von unserem Service. Und da steht dann halt drin, du hast den und den Lack oder den und den Kunststoff oder den und den Untergrund. Und du musst das und das machen oder das und das nicht machen, ja, mit dem und dem Produkt. Wir testen dann auch verschiedene Vorbehandlungen. Wir testen verschiedene Primer. Wir testen verschiedene Klebstoffe. Und dann wählt der Kunde natürlich das aus, was für ihn entweder am billigsten ist, am einfachsten oder am schönsten. Ja, so, das hat natürlich der Privatkunde das Privileg nicht, von uns diese Unterstützung zu haben. Und dafür gibt es dann diese Tabelle. Das heißt also, man kann dann einfach eine Ecke vom Dach nehmen, wo man sagt, okay, da guckt eh keiner hin. Und dann macht man da ein bisschen Sika-Flex drauf. Nachdem man das vorher vielleicht geprimert hat, wartet eine Woche, zuppelt dran rum. Und wenn es nicht abgeht, dann ist es schön. Wenn es abgeht, dann ist es halt nicht schön. Und es ist halt besser, man testet das vorher aus, bevor das Solarmodul bei Tempo 100 auf der Autobahn hinter einem liegt. Danke, endlich sagt es mal einer, weil ich versuche auch immer den Leuten zu erklären, wenn ihr nicht wisst, wie irgendwelcher Kleber oder auf irgendwas funktioniert, nehmt euch doch einfach irgendwo eine Ecke und probiert es doch einfach aus. Welcher Kleber, wie oft wir uns Fragen erreichen, was benutze ich für, oder zumindest früher war das so, für Filz. Jetzt ist es Sprühkleber, das kennen die Leute. Kann ich aber Sprühkleber auch auf einen normalen Dachhimmel aufbringen? Oder saugt es mir den weg? Oder, oder, oder. Und ich sage immer, probiert es einfach. Es ist die beste Möglichkeit, die ihr machen könnt, es wirklich vorher zu probieren. Auch, was ich aus dem Kfz-Bereich so kenne, ist vor allen Dingen Primer, Kleber an sich. Manche vertragen sich mit nachlackierten Fahrzeugen nicht, wenn Klarlackschicht zu dünn ist. Oder, oder, oder. Dann einfach an der Ecke probieren und dann, wie du schon sagst, vielleicht ein paar Stunden warten, ein, zwei Tage warten, dran rumzuwillen, dran rumkratzen, gucken, was passiert. Wenn es kacke ist, kannst du froh sein, dass du nicht die ganze Karre versaut hast. Ja, nee, ich verstehe auch den Stress von den Leuten da immer nicht, dass diese, die stehen da mit ihren ganzen Materialien, wollen eine Bodenplatte einkleben und machen sich einen Riesenkopf über die Dichte vom Holz und was weiß ich was. Und die Isolierung drunter und so weiter. Und dann heißt es ja, das muss doch irgendwie zum Kleben jetzt gehen. Dann denke ich dann auch immer, du hast doch den Ducato da jetzt schon ein halbes Jahr da rumstehen. Schmier doch einfach mal was in der Ecke. Das sieht hinterher kein Mensch mehr, weil da kommt ja eh die Platte drauf. Also, ich denke auch, probieren geht überstudieren. Und nochmal kurz zu dem James-Dean-Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, ich habe auch Fälle, wo ich den Leuten gerade bei solchen sicherheitsrelevanten Außenanwendungen wie Solarmodul und so, wo ich dann, wenn ich dann merke, dass links rein, rechts raus oder merke es einfach talentfrei auf Deutsch gesagt. Ja, es gibt manchen, man kann nicht jedem alles beibringen, muss man einfach auch akzeptieren. Auch im Do-it-yourself-Bereich gibt es Grenzen. Und dann sage ich immer, Leute, denkt an eure Mitmenschen. Sicherheit ist das oberste Gebot. Und wenn ihr keine Ahnung habt, fahrt irgendwo hin, lasst euch helfen. Gebt lieber 300 Euro für die Montage aus, als das, was hinterher passiert. Weil es kommt irgendein schlauer Sachverständiger hinterher oder die Versicherung und sagt hier, Leute, wer hat das drauf gemacht? Haben sie sowas schon mal gemacht? Wussten sie, wie das geht? Und so weiter. Und dann hast du echt ein Problem, gerade wenn Sachschäden oder Personenschäden dann entstehen. Ich meine, im Auto kann ja nichts passieren, wenn da der Klorollenhalter runterfällt oder so, dann ist wenig passiert. Aber ich sage ja gerade bei so Sachen wie Außenanwendungen, da sind doch einiges an Sachen, die da halt passieren können. Aber wir wollen ja allen helfen, dass es dann doch irgendwie geht. Aber ich fand, Amen, Andreas, wollte ich sagen, Amen, weil das ist absolut perfekt, was du jetzt gerade in den letzten 10, 15 Minuten gesagt hast. Auch der Tipp übrigens mit der Übersicht über die Haftung finde ich super. Manuell werden wir definitiv verlinken. Und es fühlt sich jetzt schon so an, als wird diese Podcast-Folge ein, wie sagt man, ein Kompendium des Wissens über Kleben und Dichten, wo alle, bevor sie bei Sikaflex anrufen oder in irgendwelchen Forum fragen, womit klebe ich denn ein Solarpanel fest? Hört euch die Folge an und da wisst ihr ja schon mal Bescheid. Und empfehlt es bitte auch weiter. Wir hatten ja letztes erst ein zweistündiges Interview mit den Leuten von der GTÜ. Heute habe ich wieder Fragen zum Thema Kocher bekommen. Das ist schön, da kann man einfach darauf verweisen. Und so werden wir es mit dem Kleben jetzt auch machen, dass wir hier versuchen, jetzt einfach alle Fragen unter einen Hut zu kriegen. Nächstes Thema, Materialstärke. Ich habe ja ganz häufig, also ich komme ursprünglich ja aus dem Schwabeländleck und da spart man natürlich auch ganz gerne. Dann guckt man natürlich, dass man so viel wie möglich aus so einer Kartusche rauskriegt, was nicht wirklich zielfügend ist. Klär uns doch mal bitte auf, Andreas, über das Thema Materialstärke und warum das wichtig ist. Ja, Materialstärke hat ja so zwei Dimensionen. Drei Dimensionen einmal, also im dreidimensionalen Raum, so meine ich das, Länge, Breite, Höhe so ungefähr. Und die Klebefläche, wie gesagt, das ist ja dann Länge mal Breite. Das ist halt das Thema mit der Festigkeit. Also wenn ich dann halt sage, was wiegt das, dann geht es halt um die Fläche, Länge mal Breite. Wenn es aber um dieses Thema elastische Eigenschaften und heißt ja Sika Flex geht, dann ist halt natürlich die Frage der Klebschicht Höhe oder Dicke oder Stärke, wie immer man das nennt, entscheidend. Und da sagen wir eigentlich im elastischen Bereich macht eine Mindestklebschicht Dicke von unter zwei, drei Millimeter überhaupt keinen Sinn. Ist völlig sinnlos. Das ist wie so ein extrem tiefer gelegtes Auto, weil das ist auch wieder Physik, Federweg. Also da, wo nichts ist, kann auch nichts elastisch sein. Also wenn man auf 0,2 Millimeter Klebschicht Höhe, was elastisch klebt, dann ist es nicht mehr elastisch, weil einfach kein Federweg da ist. Man muss sich das ja so vorstellen, mal ein Beispiel, Aluminium mit Stahl verklebt. Alu hat die doppelte Längenausdehnung von Stahl. So und jetzt wandert das Alu oben die Schiene zum Beispiel am Fahrzeug, wandert halt durch Sonneneinstrahlung weg, ja, links und rechts geht die auseinander. Das Stahl natürlich auch, aber nur halb so stark wie die Aluschiene. Und wenn da halt nichts drunter ist, sozusagen, dann zieht ja jetzt die Aluschiene an der Sika-Flex-Verbindung. Ja, und dann geht das halt irgendwann auch kaputt. Also dann kann so ein Produkt auch kohäsiv, also mittig in sich selber reißen, weil man einfach zu wenig Höhe gehabt hat vom Material. So und deswegen, es gibt da auch Berechnungsformeln, alles natürlich sehr kompliziert. Also ein Konstrukteur weiß, wie das geht. Die rechnen das tatsächlich aus anhand der Bauteillänge und der zu erwartenden Temperaturen. Weil das ist ja auch ein Unterschied, ist das ein Möbelstück in der Wohnung oder ist das ein Fahrzeug draußen. Weil minus 40 bis plus 90 ist so im Automotive-Bereich der Temperaturbereich. Für ein Möbelstück sieht das natürlich ein bisschen anders aus. So, also zwei, drei Millimeter sollte man sich mal merken. Und wie kriege ich das überhaupt hin? Weil ich sehe auch immer so lustige Sachen mit Beschweren von Klebeverbindungen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil der Klebstoff wird ja nicht auf Druck besser. Also es ist ja kein Klebeband oder so. Sondern wir haben ja hier eine Paste, ich sage mal wie Zahnpasta, die dann halt aushärtet. Und diese Mindestklebschichthöhe, die kriege ich halt hin durch Abstandshalter in der entsprechenden Höhe. Also ich besorge mir halt solche Möbelunterleger, solche halbrunden Gummipuffer, sage ich jetzt mal. Die sind dann halt meinetwegen zwei Millimeter hoch und dann kann ich das Teil halt nicht weiter runterdrücken als diese zwei Millimeter von diesem Gummipuffer und fertig. Also das ist das Thema Materialstärke. Und auch noch ein Thema, was auch dazu gehört zum Thema Materialmenge. Habe ich ganz oft auf Facebook gesehen, Leute die Seitenfenster mit Butyl eindichten. Und dann natürlich auch nicht berücksichtigen, dass der Rahmen, Fensterrahmen und das Fahrzeug vielleicht irgendwie gebogen und so. Und dass da vielleicht dann Toleranzen dazwischen sind. Dann kaufen die sich eine Kartusche Butyl von Sika, von wem auch immer. Und hinterher sagen sie ja, das Fenster war undicht. Ja, weil ja wahrscheinlich irgendwo an irgendeiner Ecke, ganz am Ende, wo sie dann angekommen sind, am besten noch oben vom Fenster, wo das Wasser reinläuft. Und da ist dann die Kleberaube auf einmal nur noch 0, irgendwas Millimeter und der Spalt zwischen Rahmen und Fahrzeugaußenseite ist aber ein Millimeter. Ja, so dann habe ich da halt 0,5 Millimeter Luft, wo das Wasser durchläuft. Also in dem Fall hilft viel, wirklich viel. Da gebe ich immer den Tipp, so viel Butyl reinhauen, dass es nach dem Einsetzen vom Fenster sich wirklich rausdrückt und man es wegschaben muss. Weil dann weiß ich halt auch, dass überall was ist. Weil wenn ich nichts sehe, dann ist das schwierig. Da sind quasi gleich zwei Anschlussfragen in einer schon wieder versteckt. Ich glaube, wir gehen aber erstmal noch ein bisschen auf die technische Hitzebeständigkeit. Hast du gerade gesagt, Automotive-Bereich minus 40 bis plus 90. Gibt es da auch Dinge, die ich zu beachten habe, wenn ich jetzt bei der Auswahl des Klebers zum Beispiel... Nein, nein, also die Einsatztemperatur... Ja, nee, gibt es nicht. Also steht im Produktdatenblatt auch drin. Also einfach runterladen auf Sika.de oder bei uns auf der Caravan-Webseite sind auch die Datenblätter. Da gibt es immer ein Feld, das nennt sich Einsatztemperaturbereich. Und da steht dann halt drin von minus 40 bis plus 90, teilweise auch kurzfristig sogar über 100 Grad. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Sehr schön. Und dann die zweite Frage, die sich aus deiner Antwort gerade schon ergeben hatte, war... Okay, ich benutze das, so viel Material, dass es rausdrückt. Wie kriege ich denn das überschüssige Material dann wieder weg? Ja, wenn es weich ist, also nehmen wir mal eine Solarmodulhalterung. Wenn es weich ist, also direkt nach dem Fügen ist es ja weich. Dann kann ich halt sowas nehmen wie einen Fugenfix zum Beispiel, einen 45-Grad-Winkel, ziehe ich das außen ab. Und dann kann das Wasser, was an der Halterung runterläuft, über diese Schräge schön aufs Dach ablaufen. Ja, und wenn ich dann noch Überschuss habe, zum Beispiel irgendwo, weil ich was nicht abgeklebt habe oder so, da gibt es von uns diesen Sika-Remover 208. Damit kann ich dann mit einem Zewa, also mit einer Papierrolle oder mit einem alten Bundeswehrunterhemd oder alten Socken oder was auch immer, kann ich dann halt nicht ausgehärtetes Zika-Flex sozusagen wegmachen. Wenn ich das vergesse und das Zika-Flex härtet aus, dann kann ich es halt vielleicht noch, wenn es nicht zu lange ausgehärtet ist, mit einem Fingernagel oder mit so einem Plastik-Rakel wegschrubbeln, auf Deutsch gesagt. Aber wenn es dann mal fünf Jahre hängt und dann auch noch blöderweise Adhesion aufgebaut hat, dann wird es schwierig. Ja, also durchtrennen, also die Frage kommt auch häufig, ja, wie kriege ich denn jetzt sowas wieder auseinander? Da gibt es zum Beispiel im Autoglas-Bereich spezielle Schneidrähte zum Beispiel für Windschutzscheiben, um den Klebstoff durchzuschneiden. Da muss man aber achtgeben auf lackierten Flächen, dass man da nichts zerkratzt. Ansonsten gibt es natürlich auch diese ganzen, ich sage mal, Multitool-Schwingmesser, irgendwas mit Akku und so ein Messerchen vorne dran, wo man dann... Und da hilft dann vor allen Dingen auch wieder diese Klebschichthöhe, weil das Messer hat ja auch eine gewisse Dicke. Und wenn ich das, wenn das Messer einen Millimeter hoch ist und ich habe da nur 0,8 Millimeter Klebespalt, dann komme ich da mit dem Messer auch nicht rein. Aber wenn das halt zwei Millimeter hat, dann komme ich da sauber rein. Und mit diesen Schwingmessern kann man wunderbar elastische Klebeverbindungen durchtrennen. Das ist so ein bisschen so, mich stellen sich gerade die Nackenhaare hoch über das Thema Airline-Schienen festgenietet im Fahrzeug und drunter noch geklebt. Und die Leute bekommen dann ihren Van und wollen diese 13 Airline-Schienen aus dem Fahrzeug wieder entfernen. Thema Schneidedraht funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber wie du schon sagst, wenn es natürlich festgenietet ist und die Klebeschicht so ultradünn ist, dass vielleicht noch nicht mal ein Schneidedraht durchgeht, dann sieht der Lack einfach danach äußerst bearbeitet aus. Ist völlig normal, ist eine Riesenarbeit, ist ein Riesenanfick, aber ist tatsächlich leider einfach so. Und ihr hört gerade genau aus dem Grund, also eigentlich eine falsche Montage, möchte ich das mal nennen. Ja, ne, also ich sag mal, ein Konstrukteur, ein guter Konstrukteur, macht sich natürlich auch über diese Aftermarket-Geschichten Gedanken. Das ist ja so, gerade das Thema Autoglas, jeder weiß, Steinschlag und so weiter. Also so eine Autoscheibe muss halt leider irgendwann mal vielleicht ersetzt werden. Und dann wäre es natürlich ungeschickt, wenn da keiner mehr mit dem Draht dazwischen käme. Eine Sache noch, die mir gerade noch einfiel, du hast gesagt, in diesem Fall hilft viel tatsächlich viel. Das bedeutet aber, es gibt auch noch andere Fälle, wo viel nicht viel hilft. Ja, das ist halt das Thema mit der Untergrundvorbehandlung. Also, weil einer hatte, glaube ich, auch bei euch auf Instagram gefragt, boah, irgendwas, wo war denn das? Das war auch so von wegen, mit dem viel hilft viel. Also, ob das richtig wäre, dass grundsätzlich immer viel hilft. Also, viel hilft nur dann viel, wenn ich natürlich auch die richtige Untergrundvorbehandlung gemacht habe. Also, ich kann jetzt nicht die Schwächen der Untergrundvorbehandlung durch mehr Sikaflex oder mehr Material beheben. So nach dem Motto, wenn ich da viel Klebstoff drauf schmiere, weil wenn viel nicht hält, das ist wieder wie 20 Schrauben mit einem falschen Dübel in die Wand gemacht, erhalten auch alle 20 Schrauben nicht. Das ist genau das gleiche Thema. Und wie ist das, also, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich möchte ein flexibles Solarmodul auf mein Dach kleben. Und das sind ja, keine Ahnung, das ist 40 Zentimeter Breite sein und Meter lang sein. Und das heißt, ich bestreiche das jetzt einfach flächig komplett mit Kleber und pappe das dann aufs Dach. Wäre das der Idealfall? Der Hersteller würde jetzt wahrscheinlich einen mittleren Herzkasper kriegen, weil, nein, wegen Thema Temperatur. Also, weil Klebstoffe sind ja Kunststoffe und Kunststoffe isolieren und ein Solarmodul wird ja dann, wenn es heiß wird, sinkt ja der Ertrag. Das ist ja auch völlig normal. Deswegen ist es auch nicht so geschickt, das komplett vollflächig hinten zu verkleben, weil dann hätte ich halt eine Isolierung auf der Rückseite des Solarmoduls angebracht und dann macht es halt weniger Watt. Ja, so, Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist tatsächlich ganz witzig, dass natürlich durch viel Klebstoffeinsatz, also wenn man jetzt sagt, man hat jetzt keine richtig gute Adhesion. Ja, sagen wir mal, anstatt 100 Prozent der perfekte Zustand nur 70 Prozent. So, wenn ich natürlich dann diese 70 Prozent sehr oft mache, dann habe ich natürlich mehr erreicht, als hätte ich zweimal 100 Prozent. Und, ne, sozusagen, dann ist sozusagen, das war nicht so dolle. Es gab aber auch schon Fälle, dass natürlich dann auch solche schlechten Klebeverbindungen, einfach durch dynamischen Fahrbetrieb, Temperatur, Sommer, Winter, das arbeitet ja alles, die ganzen Bauteile. Und dann zieht sich auch so eine schlecht verklebte Geschichte dann halt irgendwann mal ab. Und ich kann da unendlich viel aufbringen und irgendwann fällt es halt doch ab. Ja, und das ist halt so der Punkt. Also, deswegen, es kann durchaus passieren, dass man halt durch, also auch, wir haben auch solche Fälle manchmal bei Kunden, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht ideal, aber so der Lastfall an der Klebeverbindung ist jetzt nicht so dolle und, ja, wird man mit zurechtkommen, ja. Und dann zeigt oftmals nach fünf, sechs Jahren auch, ja, es hat nie eine Reklamation gegeben oder es hat da nie, ist irgendwas auseinandergefallen. Es gibt solche, ich sag mal, Erduldungen von suboptimalen Klebeverbindungen gibt es auch in der Industrie und auch das muss man auch vielleicht hier und da mal privat hinnehmen, dass man sagt, okay, wenn man dann die Klebefläche hat, wie bei so einem flexiblen Solarmodul, kann man das vielleicht ein Stück weit heilen. Aber es sollte nie das Ziel sein, durch sinnlosen Materialeinsatz, A, Geld, B, Nachhaltigkeit und so weiter und C, weiß ich dann immer noch nicht. Auch da ist wieder das Thema, flexibles Solarmodul, ne. Ich meine, wenn ich das Ding gekauft habe, wer sagt, dass ich da sofort aufs Dach kleben muss, ne, einfach mal ausprobieren. Ja, andere Sache, die mir da noch einfällt, ich glaube, du hattest das in einem Webinar letzten Mal gesagt, dass natürlich diese Klebstoffe natürlich auch mit irgendwas reagieren müssen, damit sie ihre Haftfähigkeit herstellen können. Wenn ich jetzt aber eine riesengroße Fläche habe und da ein Haufen Kleber drunter ist, dann kommt ja unter Umständen Sauerstoff oder Luftfeuchtigkeit ja nicht an das Material ran und dann bleibt es ja im Prinzip Dauer, also bleibt es ja eine Paste. Ja, genau. Also jetzt im Fall von dem flexiblen Solarmodul wäre es besser, ich mache da halt zum Beispiel solche parallelen Kleberaupen und lasse einen Abstand dazwischen, also was weiß ich, fingerbreit oder so zwischen jeder Kleberaupe, weil dann kommt ja an jede Kleberaupe von links und rechts Luftfeuchtigkeit ran, die der Klebstoff ja braucht zum Aushärten. Wenn ich das vollflächig vollkleister, dann habe ich ja auf der Rückseite das Fahrzeugdach, das ist Metall, das ist diffusionsdicht, da kommt nicht ein einziges Wasseratom durch. Und das Solarmodul ist zwar aus Kunststoff, aber das sind so viele Lagen Kunststoff, je nachdem mit diesen ganzen Wafern und so weiter ist da auch Metall drin, also da würde auch nie von oben durch das Solarmodul Wasser auf die Klebefläche sozusagen kommen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel zwei Metallbleche vollflächig mit Sikaflex verklebe und mache die nach zehn Jahren wieder auseinander, dann ist der ganze Brei innen drin noch weich. Das würde wahrscheinlich an dem Blechrand so 15 Millimeter durchhärten, so anderthalb Zentimeter und dann hat sich da so eine dicke Wurst sozusagen gebildet außenrum, dass da kein Wassermolekül von außen mehr nach innen eindringen kann. Und deswegen gibt es ja auch in der Industrie dann zum Beispiel für solche flächigen Verklebungen auch zwei Komponenten-Klebstoffe. Also die brauchen dann halt kein Wasser und damit macht man dann halt vollflächige Verklebung. Okay, das heißt aber für das Verkleben ist eigentlich eine warme, aber humide Umgebung eigentlich von Vorteil, damit es schnell aushärtet sozusagen. Ja, also das ist auch eine Erfahrung, die könnt ihr oder kann jeder Kunde mal selber ausprobieren. Man nimmt einfach mal eine Raupe Sikaflex, macht das auf dem Blech und packt es mal im Kühlschrank. Und nimmt das gleiche Blech und die gleiche Kleberaupe und lässt es in der Küche oder auf der Terrasse irgendwo liegen. So, im Kühlschrank durch die Temperatur, die Temperatur spielt nur, ich sag mal, minimal eine Rolle, weil natürlich jeder chemische Prozess, dem ich Wärme entziehe, läuft langsamer ab. Aber der Klebstoff braucht halt in erster Linie Luftfeuchtigkeit und die ist halt im Kühlschrank geringer, weil kalte Luft kann einfach weniger Wasser aufnehmen. Ich erkläre das meinen Kindern auch, dass es deswegen halt im Herbst und Winter so viel regnet, weil es ist kalt draußen und die Luft kann das Wasser nicht aufnehmen und deswegen fällt es runter. Es ist ja tatsächlich so. Und im Sommer, wenn es heiß und schwül ist, Gewitterwolken und so weiter, also warme Luft kann halt wahnsinnig viel Wasser aufnehmen. Deswegen gibt es ja auch diese Hagelfänomene und so weiter, gerade im Sommer. So, und das ist tatsächlich so. Also jeder, der mit einem, das hat aber nichts mit Sika zu tun. Das ist mit dem Badezimmersilikon so. Das ist mit MS-Polymer so. Das ist also alles, was so einkomponentisch ist. Härtet einfach, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, schneller durch, als wenn es halt kalt ist, weil dann ist die Luftfeuchtigkeit automatisch gering. Wenn ihr das interessiert, noch ein bisschen Nerdwissen am Rande. Wikipedia, das sogenannte Molière-Diagramm, gibt Aufschluss zwischen dem Zusammenhang der relativen Luftfeuchte und der Temperatur und zeigt dann in dem Diagramm, wie hoch der absolute Wassergehalt in einem Kubikmeter Raumluft ist. Also Leute, lest euch das durch beim nächsten Deutschcamp. Nein, das ist ein Kurztest. Genau. Left raus, Klassenerweil. Also ich habe, wo ich schon Wikipedia gehört habe, war bei mir schon wieder aus. Hat das schon wieder ein Bier aufgemacht? Genau. Da kann ich stundenlang drin lesen, verstehe trotzdem nur die Hälfte, noch nicht einmal. Aber wo wir gerade bei lustigen Fragen aus der Community sind, fange ich doch mal direkt mit etwas Lustigem an. Wie bekomme ich meine Hände wieder sauber? Es gibt spezielle Handreinigungstücher von Sika. Also es gibt einmal Sika Powerclean-Tücher oder halt auch sogenannte Sika Handclean-Tücher. Also die werden dann im gewerblichen Bereich verwendet. Aber ich sage mal, so ein Produkt, was es halt auch online zu beziehen gibt, wie gesagt, Sika Powerclean, das sind halt spezielle Handreinigungstücher, mit denen ich halt auch Sika Flex wieder von den Fingern kriege. Wichtig bei diesen Handreinigungstüchern ist, dass ich die nicht nutze zur Untergrundvorbehandlung. Weil das ist ein Kosmetikprodukt, das enthält rückfettende Stoffe. Und das macht dann mit Kleben wieder keinen Sinn. Für die Hand ist das gut, es gibt einen schönen Tarn. Aber zum Kleben ist das nicht so toll. Also es ist ähnlich unklug, als wenn man quasi, bevor man etwas silikonieren möchte, Silikonentferner benutzt. Ja, oder Brennspiritus. Genauso schwachsinnig. Ja, weil das sind so, Vergeltstoffe nennt sich das, wegen Steuer, Ethanol und so weiter drin, damit man es nicht so gerne trinkt. Und die können halt auch rückfettend wirken. Also wenn ihr mal Brennspiritus habt und geht mal auf irgendwas, wo Chrom ist, weil da sieht man es besonders schön drauf. Oder auf irgend so ein altes Spiegelglas oder irgendwie sowas. Und dann haltet ihr das mal in die Sonne. Da seht ihr so einen richtigen Regenbogeneffekt, so einen Film. Und auf diesen Film klebst du dann halt drauf und da hält halt nichts drauf. Also nochmal für andere, die immer noch mit dreckigen Händen danach rum. Also ich finde auch, Gummihandschuhe während solchen Arbeiten ist auch immer der Weg. Ach so, ja. Ja, der ist richtig gut. Nein, der ist vor allen Dingen goldrichtig. Ich bin nämlich auch so eine faule Socke. Ich habe immer Handschuhe an beim Kleben. Aber das hat auch noch einen weiteren Grund. Stichwort Sicherheitsdatenblatt. Weil ich will ja auch den Kontakt mit solchen, ich meine am Ende sind das immer chemische Produkte. Machen wir uns nichts vor. Und genauso, wenn ich auch irgendwie ganz normalen Zaun streiche oder so, sollte ich ja immer vermeiden, mit chemischen Produkten den Kontakt zu vermeiden. Und die Haut ist natürlich ein Weg, wo irgendwelche Stoffe im Körper können. Ob das Lösemittel sind oder andere Sachen, die nicht so gesund sind. Und deswegen ist am besten immer Handschuhe zu tragen. Weil ich habe auch immer bei den Kunden, die nicht so gerne Handschuhe tragen, sage ich immer, ich bin einfach faul. Ich bin nicht so sicherheitsaffin, sondern ich bin einfach faul. Weil so ein Handschuh ist viel schneller ausgezogen, als die Hände, in der er sauber gemacht. Einfach so flatsch und tata. Ja, vor allen Dingen, es wird wirklich alles sauberer. Du kannst direkt ein bisschen abziehen, wenn was daneben geht. Dann schmierst du dich nicht irgendwie voll. Es ist tatsächlich wirklich einfacher. Und ich habe auch jahrelang, vor allen Dingen zu meiner Lehrzeit, mir jeden Tag die scheiß Hände geschrubbt. Und mich gewundert, warum die nach drei Wochen immer noch nicht sauber waren. Bis mir dann mein Altmeister gesagt hat, Alter, zieh dir einfach nur verdammte Handschuhe an. Und es ist so einfach. Und du sparst einen Haufen Reinigungsmittel. Es gibt Gummihandschuhe, die halten zwei, drei Tage. Damit könnt ihr euer ganzes Auto einkleben, wenn ihr damit nicht so rumsaut. Ja, genau. Dann noch so ein kleiner Tipp. Also keine Latexhandschuhe nehmen, weil die sind nicht lösemittelbeständig. Also die würden sich auflösen. Gerade wenn ich jetzt so Sika-Aktivatoren oder Primer habe, da bringt das nichts. Am besten sind im Umgang mit so chemischen Stoffen generell sogenannte Nitrilhandschuhe, also aus Nitrilkautschuk hergestellt. Die haben, wenn das gute Handschuhe sind, sogar noch so ein Prüfzeichen außen an der Packung, dass die halt chemisch beständig sind. Nur mal so als Tipp. Also wenn da einer regelmäßig mit solchen Produkten arbeitet, sollte der sich zugelassene Nitrilhandschuhe halt kaufen. Und die gab es vor Corona auch in jedem Baumarkt billig zu erwerben. Ja, als dann Corona losging, alles, was so FFP-Masken war und Handschuhe im Verdacht stand, irgendwie gegen Corona zu helfen, war sofort ausverkauft. Aber ich glaube, jetzt gibt es mittlerweile im Baumarkt auch wieder Nitrilhandschuhe. Übrigens in der Farbenecke. Also bei mir im Baumarkt sind die auch tatsächlich in der Farbenecke. Also da, wo die ganzen Wandfarben und so weiter, wo es dann auch diese Röllchen gibt für die kleinen Farbröllchen, da waren die Handschuhe zu finden. Wow, jetzt kriegt man sogar einen Leitfaden durch den Baumarkt von Sikaflex. Ich wäre irre. Nächste schöne Frage, über die wir uns vor der Podcast-Aufnahme nochmal kurz unterhalten haben. Auch etwas, was uns sehr viel beschäftigt oder zumindest viel mit uns besprochen wird. Wie dichtet man Schrauben oder Nieten am besten ab? Ich denke, oder zumindest ist es so aus meiner Erfahrung her. Ich schraube was durch das Dach. Sei es ein Dachgepäckträger, sei es eine Airline-Schiene, schlag mich tot. Und die Leute wollen, glaube ich, am besten wissen, wie dichtet man sowas am einfachsten ab? Ja, ich sagte vorhin schon, wenn halt der Need schon mal drin ist, dann ist das natürlich schwierig, weil da ja dann das Loch schon gebohrt ist und der Need ist ja schon da durch und so weiter. Dann, wie soll ich sagen, schmier irgendwas drüber, so nach dem Motto. Das ist natürlich dann, ja, ist so eine optische Geschichte, ob das dann so schön ist, da die einzelnen Needköpfe mit Sikaflex zu verzieren. Dann muss jeder selber wissen, ob das in einem Bereich ist, wo die Optik da eine Rolle spielt oder nicht. Ansonsten, wenn man das natürlich noch nicht gemacht hat, also im Prinzip erst noch nieten will und dann kann man natürlich sagen, okay, ich bohre das Ganze, mach dann halt Sikaflex da drauf und setze dann sozusagen ein Bauteil da drauf und ziehe die Nieten. Weil dann kann es durchaus sein, dass halt sich das Sikaflex durch das Bohrloch halt noch ein Stück mit durchzieht sozusagen und ich dann halt wie so eine Art Quetschdichtung innen außen habe. Das ist aber natürlich jetzt so keine klassische, ich sage mal, ich kenne das halt zum Beispiel im Caravan-Herstellungsbereich von diesen Batteriekästen. Die sind aus Polypropylen, weil chemisch beständig und so weiter. Und dann macht man das halt auch so. Da macht man einfach eine dicke Wurst Sikaflex zwischen dem Deckel und der Wanne unten und haut dann die ganzen Nieten da durch und dann habe ich halt so eine Hosenträger-Gürtel-Geschichte. Und das Sikaflex baut da gar keine echte Artension auf, weil auf Polypropylen hält wenig, ist aber schön chemisch beständig. Aber da geht es dann halt wirklich nur darum, dass ich da halt eine flüssig aufgebrachte Gummidichtung sozusagen dann da habe. Und das geht natürlich dann auch bei so einer Schiene. Denke ich, ganz gut. Es ist halt immer besser auch sozusagen das von innen abzudichten, also zwischen Loch und Nied und der Schiene sozusagen, als wenn ich dann außen wieder was drüber schmiere. Weil es sieht wahrscheinlich auch schöner aus. Herr Lemke, schläfst du oder? Nö, ich bin mal wieder so ein bisschen in den Zuhörermodus verfallen. Ich glotze hier das Interview und lerne einfach dazu. In dem Sinne, ich war gerade zwischendurch auch kurz weg und habe mir auch ein alkoholfreies Bier geholt. Wohlsein. Wohlsein. Oh ja, hat man lang nicht mehr. Stimmt. Wohlsein. Ja, genau. Was hatten wir denn noch als tolle Fragen? Sind geklebte Fenster trotzdem dicht? Also das ist so ein Ding. Ich habe bei mir im Van jetzt im Prinzip beide Varianten. Ich kann dann, wenn ich das Ding in 20 Jahren auseinandernehme, kann ich den Vergleich machen. Als eine Seitenfenster habe ich einen geklebt und das andere habe ich eingedichtet. Kriege ich da Probleme oder wie sieht es da aus? Sag mir erst mal warum. Ich wusste es ja am Anfang. So, das eine hält das andere vielleicht nicht. Guck mal mal. Nee, nee. Also ich hatte das so gemacht, dass ich das eine, ja, also ich habe nicht vor, das Fenster noch mal auszubauen. Sagen wir mal so. Deswegen dachte ich mir, okay, klebst es ein, dann hast du Ruhe. Und dann hatte ich das ja bei YouTube online gestellt und dann ich so, nein, da nimmt man auf gar keinen Fall einen Kleber. Da muss man unbedingt einen Dichtstoff und bla und blub. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich das halt beim zweiten Fenster natürlich nicht nochmal falsch, sondern habe dann eben quasi mit einem Dichtstoff gearbeitet. Und ja, deswegen habe ich jetzt beide Varianten im Fahrzeug. Ja, Technologietest sozusagen. Kannst du mal gucken, wie es besser klappt. Ja, die Frage, die Frage ist echt verdammt tricky, weil das ja wieder davon abhängt, was der Hersteller, also der Konstrukteur dieses Fensters zur Abdichtung dort vorgesehen hat. Es gibt Fenster, die sind tatsächlich so designt, also dass sie zum Beispiel noch verschraubt werden, verklemmt sind in Außenrahmen, die dann auf Zug befestigt werden. Da muss ich das ja nicht zusätzlich verkleben, sondern da kann ich so einen Dichtstoff nehmen, der dann einfach wie eine Quetschdichtung dann halt, weil ich ja nochmal Schrauben habe oder eine andere Befestigung und so weiter. Es gibt natürlich aber auch Fensterkonstruktionen oder Dachhauben, die sollen geklebt werden. So, weil ja der Klebstoff jetzt dafür sorgt, weil ja keine Verschraubung noch zusätzlich oder keine mechanische andere Befestigung ist. Wenn ich das dann also nicht verkleben würde, dann könnte mir theoretisch die Dachhaube auch wegfliegen, ja, beim Fahrbetrieb. Und das ist halt die Frage, was hat der gute Designer, Konstrukteur für das Bauteil vorgesehen? Punkt eins. Weil da muss ja auch eine Fläche sein, wo der Klebstoff hin soll, ja. Also wenn das dann unten drunter irgendwie so ganz blöd aussieht und ich habe da keine Fläche, um da gerade eine Kleberaube oder Wurstdichtstoff aufzubringen, dann ist das auch doof. Ich habe neulich mal einen Teil gesehen, das war explizit nur für eine Moosgummidichtung gemacht. Wenn du die weggemacht hast, konntest du da nichts anderes hinmachen. So, und dann hast du gesagt, okay, das hat der Designer gesagt, da kommt eine Moosgummidichtung hin. So, und dann ist das so. Dann fängst du da auch nicht an, mit Siegerflex da dran rumzumachen, ja, weil da hat sich einer was beigedacht. So, und deswegen ist es halt für mich dann als Außenstehender schwierig zu sagen, ja, was ist das denn jetzt? Dann müsst ihr mir mal, und ich habe auch nicht alle Seiten, Fenster und Dachhauben der Welt im Kopf. Am besten ist das dann immer, wenn mir einer ein Bild schicken würde, dass ich sage, okay, und dann die nächste, zweite Frage wäre dann von mir immer, wissen wir denn, woraus der Rahmen, wo wir drauf kleben oder dichten besteht? Weil wenn das wieder, ich hatte neulich einen Fall, Hersteller aus dem Sauerland macht Dachhauben, der Rahmen ist aus Polypropylen. Da macht Siegerflex überhaupt keinen Sinn, weil da baust du keine Adhesion drauf auf. Da gibt es auch keinen Primer für, von niemandem. Also das wird einfach nicht halten mit Siegerflex. Also macht das da Sinn, ein Butyl zu nehmen. Weil das ist einfach wie ein Kaugummi, das drückst du da halt auf beide Seiten an, dann wieder dieses viel hilft viel Thema und dann ist das dicht. Also ist halt die Frage, hat der Konstrukteur dafür eine Butyldichtung vorgesehen und hat das vielleicht auch dadurch vorgesehen, indem er halt einen entsprechenden Kunststoff ausgewählt hat? So, und dann grundsätzlich zu sagen, so sklavisch, ja, ich muss jetzt bei der Dachhaube ein Butyl nehmen und dichten und das andere kann ich kleben, das kannst du als Außenstehender, glaube ich, gar nicht wissen. Woher? Ja, und da sage ich auch immer, eigentlich muss ja, genauso wie bei der Solarmodulhaltung, muss ja der Dachhaubenhersteller oder der Seitenfensterhersteller doch bitte eine Montageanleitung beilegen. Also wenn der meint, dass er sowas über den Karawanhandel vertreibt, müsste der doch der Privatperson bitte mitteilen, wie er es einbauen soll. Also gibt es ja tatsächlich auch bei den meisten Fenstern, wie du auch schon sagst, im Bereich Dachhauben und sowas. Es gibt es halt auch explizit, da steht halt wirklich, bei fast jeder Dachhaube, die darfst nicht schneller als 100 fahren. Jetzt ist man so dabei, so Dachhauben zu entwickeln, die halt im Kastenwagenbereich tatsächlich auch wirklich hundertprozentig zugelassen sind für Fahrzeuge, die auch mal 160 fahren können. Aber da auch wieder ein absolutes Learning. Klar, es ist logisch, guckt doch bitte bei dem Hersteller, der das Fenster gebaut hat und nicht, fragt nicht Sikaflex, was für ein Zeug darf ich denn da nehmen. Ihr bietet Produkte an, die für vieles funktioniert, aber ihr baut ja nicht nur für Seitenfenster diesen Klebstoff. Ist ja völliger Schwachsinn. Aber, ganz wie du es richtig gesagt hast, der Hersteller hat wahrscheinlich sogar mehrere Dichtarten probiert oder hat gesagt, wir nutzen nun nur den Moosgummi und fertig. Und das steht definitiv irgendwo. Ansonsten, wie das auch bei euch der Fall ist, fast jede, ich sag mal, jeder Hersteller hat jetzt irgendwo eine Downloadseite. Meistens immer nicht ganz sichtbar, möchte ich mal sagen. Man muss sich da so ein bisschen durch den Internetdschungel so ein bisschen graben. Aber meistens hat eigentlich jeder Hersteller eine Downloadseite, wo ihr Bedienungsanleitung herkommt, wo Produktinfos dastehen, die wesentlich mehr aussagen als der kleine Zettel, der vielleicht da im Karton beiliegt. Also da, gerade bei solchen Bauteilen, die ich jetzt außen aufs Fahrzeug anbringen will oder auch so Sachen, wo hohe Schäden für mich persönlich entstehen können, wie bei so einer Dachhaube, ja. Wenn ich da jetzt irgendwas nachrüste und kaufe mir eine Dachhaube, würde ich auch meine Kaufentscheidung davon abhängig machen, ob ich da eine vernünftige Montageanleitung dabei habe. Und ich habe mir auch schon bei bestimmten Produkten, auch wenn es ein Rasentrimmer war, ist jetzt ein doofes Beispiel, Rasentrimmer, glaube ich, braucht man nicht wirklich eine Anleitung für, okay, vergessen wir das. Aber es gibt halt schon Sachen, wo ich gesagt habe, da lade ich mir vorher im Internet mal die Bedienungsanleitung runter, um zu gucken, ob ich das beherrschen kann. Ja, und wenn man dann merkt, okay, da gibt es keine gescheite Anleitung, das ist nicht bebildert, da ist ein Rechtschreibfehler drin oder das ist noch nicht mein Deutsch und ich kann kein Englisch oder was weiß ich, dann würde ich da echt die Finger von lassen und halt ein Alternativprodukt, dann kostet das vielleicht auch mehr. Aber da sitzt dann halt auch einer, der eine Anleitung geschrieben hat und der muss ja auch irgendwie bezahlt werden, ja. Und wenn ich das brauche, so eine Anleitung, dann muss ich halt auch diesen Mehrpreis irgendwo bezahlen, ja. Das ist ganz klar. Ich habe noch einen zum Seitenfenster. Sehr gut. Das ist so dieses Thema, Dichtstoff tropft an der Wand außen runter oder drückt sich raus und schmiert rum. Ich glaube, war hier auch bei den Fragen irgendwo mit dabei. Wie kann ich das verhindern? Das ist eigentlich relativ einfach, dass ich dann halt nochmal außen so eine, der eine oder andere sagt, da stütznaht dazu. Also ich mache einfach Sikaflex außenrum. Also ich mache das, was sich da rausdrückt, das mache ich halt weg oder drücke es halt rein, wenn es geht, ja, weil da soll es ja irgendwo eigentlich auch eine Funktion erfüllen. Und dann mache ich halt das schön sauber, zum Beispiel mit Remover 208. Also ich mache diesen Bereich, ja, entfette ich, mache ich den schön sauber und dann entsprechend mit der entsprechenden Untergrundvorbehandlung da nochmal Sikaflex außenrum, wieder 45 Grad Winkel, Stichwort kein stehendes Wasser. Wasser läuft dann ab und so weiter über die Fuge. Und da habe ich halt folgenden Vorteil, dass ich dann halt da außen um dieses Butyl-Zeug dann halt nochmal einen Sikaflex habe, was verhindert, dass sich das Butyl rausdrückt. Weil das Butyl halt ja, weil es ja nicht aushärtet, man sagt da halt auch so dauerhaft plastisches Material dazu, das wandert dann halt in dem Rahmen hin und her. Und wenn es halt sich rausdrückt oder raustropft, dann ist es halt nicht mehr da, wo es eigentlich abdichten soll. Und wenn ich da halt nochmal Sikaflex 521 UV zum Beispiel außenrum mache, dann habe ich das sozusagen eingesperrt. und dann kann es nicht mehr weg und dann tropft es auch nicht mehr raus. Sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, das ist auch was für Wohnmobilisten, die ältere Fahrzeuge fahren. Ich kenne das aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren, die Wohnmobile, die jetzt wirklich aussehen, als würde da irgendwer herausbrechen und dann auch noch der Laub von den letzten drei Jahren da dran klebt und sowas. Ja, es ist auch hier so Moos und so Zeug. Also ich habe das bei meinem Seitenfenster. Also ich muss das auch noch bei mir machen. Das ist auf der To-Do-Liste noch vor dem Urlaub, dass ich da mal außen was drum rum mache. Weil wenn ich das mit dem Hochdruckreiniger und so weiter, ist ja auch zum Beispiel so ein Problem. Wenn du da mit dem Hochdruckreiniger rangehst, dieses Butylzeug, das drückst du dann auch wieder weg. Ja, und ich sehe das dann halt auch immer, was da oben am Seitenfensterrahmen, was da für eine Drecksuppe sozusagen mit Moos und so ein Zeug rauskommt. Das heißt, also das Wasser läuft ja dann in den Spalt zwischen Rahmen und Fahrzeug rein, steht da, oxidiert da vor sich hin. Dann denkt man, ja, das ist ja nicht schlimm, aber im Winter dehnt sich ja Wasser aus, wenn es friert. Und dann drückt es mir diesen Rahmen ein Stück nach außen. Und jetzt habe ich es wieder, Toleranz. Ein Millimeter Spalt und nur 0,5 Millimeter Butyl dazwischen. Und wenn das halt immer wieder passiert, also diese Walkbewegung, sage ich mal, taut auf, friert wieder ein, drückt sich wieder auseinander und das Wasser sinkt dann immer weiter rein in den Rahmen. Und das verhindere ich mit diesem Sika-Flex, weil im Prinzip das Wasser überhaupt nicht mehr in den Spalt rein kann. Gut. Sehr schön. Wir sind schon wieder enorm lange dran, aber so ein paar Fragen haben wir noch. Vielleicht können wir sie relativ schnell abarbeiten. Ich, 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 ich. Jetzt habe ich dem Manuel die ganze Zeit geärgert, er soll auch mal was sagen. Jetzt sagt er was und jetzt will ich aber auch mal was sagen. Weil ich glaube, ich glaube, ich habe was gelernt bei der folgenden Frage. Ähm, stellt Sika auf, äh, äh, Kleber auf, was? Stellt Sika auf Kleber her, der auf PE oder PU-Tanks hält. Äh, in Klammern, hatte größere Probleme, meinen Wassertank abzudichten. Mit Sika konnte ich einfach so abziehen, ohne jeglichen Rückstand. Das hört sich ganz danach an, äh, falsches Produkt auf, äh, falscher Oberfläche mit, äh, gar keiner Verhandlung oder, äh. Äh, äh, nee, das ist ein, äh, Grund, Grundproblem. Also, er meint wahrscheinlich PE, also das PE ist Polyethylen. Und er meint dann aber nicht PU, weil PU wäre ein Polyrothantank. Das hätte ich noch nie gehört im Fahrzeugbau. Vielleicht gibt es das, aber wahrscheinlich meint er eher ein PP-Tank, also Polypropylen. Da sie raus sind, zum Beispiel auch Regentonnen. Äh, da hält nichts drauf. Warum? Das sind, äh, Kunststoffe. Polyolefine heißt diese Gruppe. Hat nichts mit Delfinen zu tun, sondern Polyolefine, PE, P-Kl. Und, äh, die haben eine niedrige Oberflächenenergie. Das ist so wie eine Art Teflon-beschichtete Bratpfanne. Da hält nichts drauf. In der Industrie gibt es dort, äh, Möglichkeiten mit, äh, spezieller Untergrundvorbehandlung. Man nennt das Plasma, Corona oder auch Beflammung. Also tatsächlich offene Flammen, äh, wird dann die Oberflächenenergie dieses Kunststoffs verändert, die Molekülstruktur. Und dann kriege ich da eine Verbindung hin mit Klebstoff, ja. Aber für ein Do-it-yourself-Bereich funktioniert das überhaupt nicht, weil da braucht man teure Maschinen und Geräte dafür. Und, äh, einfach hoffnungslos. Also, du kriegst auf dem PE-Tank, kriegst du nichts, äh, zu halten. Das ist ja wieder das Beispiel mit dem Batteriekasten. Äh, beim Caravan-Hersteller, die werden halt zusätzlich vernietet. Also, du kannst nicht auf PE oder PP irgendwas kleben. Da, es gibt, es gibt für bestimmte, ich sag mal, Sekundenklebstoffe gibt's so superteure Polyethylen-Primer, ne, von XY-Hersteller. Aber das ist alles für einen gewerblichen Bereich. Also, muss man einfach aufgeben. Nehmt euch einen Gefrierbeutel zum Beispiel zu Hause, so eine ganz normale Plastik-Gefriertüte. Die ist aus Polyethylen. Da könnt ihr den Effekt mal ausprobieren. Da macht ihr mal eine Sikaflex-Raupe drauf. Das könnt ihr einfach so abziehen, ne. Und man erkennt das auch schön an einem Wassertropfen-Test. Also, wenn du einen Tropfen Wasser nimmst, einfach aus einer Pipette oder aus einer Trinkflasche, und machst einen Wassertropfen, und der gibt so einen schönen Bauch, ne, wie bei einem gewachsenen Auto, dann weißt du, dass die Oberfläche eine niedrige Energie hat. Und das ist bei so einem PE-Tank absolut der Fall. Das ist ja auch eigentlich gewollt bei so einem Frischwasser- oder Abwassertank. Weil wenn da noch nicht mal einen Wassertropfen dran hält, dann hält da auch die Fäkalien oder sonstiges oder Bakterien auch nicht gut dran, ne. Ja, also andere Tank aussuchen. Womit dichte oder klebe ich mein Edelstahl-Waschbecken an eine lackierte Arbeitsplatte? Das sagt dann auch wieder die Vorbehandlungstabelle. Ich muss jetzt mal gucken. Ich mache die gerade mal schnell nebenbei auf. Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Was muss ich da vorbehandeln? Edelstahl, Edelstahl. Da oben haben wir das Edelstahl. Ja, wenn das im Fahrzeug ist, einfach entfetten. Und das andere war lackiert. 2K-Lack reicht auch entfetten. Und dann mit, also einfach entfetten, zum Beispiel mit Sika-Remover. Oder mit Isopropanol, ja, mit reinem Isopropanol entfetten. Und dann kann ich das einfach mit Sika-Flex 5-52 zum Beispiel verkleben. Fertig. Zip, zip. Resistenzen gegen Öl etc. Muss ich mir da Gedanken machen, welches Produkt ich verwende? Ja, grundsätzlich sagen wir halt immer, also die Produkte sind halt kurzzeitig medienbeständig. Also jetzt, wenn da mal so ein Tropfen Öl da drauf ist und dann wieder auch mal weggenommen wird oder abläuft irgendwo hin, dann ist das nicht so das Problem. Aber ich kann damit keine Ölwannen abdichten, weil da gibt es zum Beispiel auch für den Tankstellen-Bereich. Ihr kennt alle, die in den Tankstellen, wenn ihr tankt, unten diese Pflastersteine und da ist so eine schwarze Dichtmasse. Und die ist speziell, die hält drei Tage lang stehenden Sprit aus. Und dann ist selbst das Zeug kaputt. Also es gibt halt kein Material. Also es gibt natürlich spezielle Silikone für Getriebe, Ölwannen und Sonstiges. Meistens sind das Silikone, die sehr gut medienbeständig sind oder auch Epoxid-Klebstoffe. Aber ich sage mal, das, was ihr jetzt so unter Zika-Flex kennt, ist halt nicht geeignet, um dauerhaft gegen Öl abzudichten. Oder auch sonstige, es müssen nicht nur immer Säuren sein. Es können auch, gerade Mineralstoffe sind extrem aggressiv. Also es gibt ja so ein Lied von Rammstein hier, Benzin und so weiter. Willst du es nicht von wegen auflösen? Also wie gesagt, wenn ihr was auflösen wollt, schmeißt es einfach in den Benzintank rein und dann ist es irgendwann weg. Okay, aber sagen wir mal so, wenn kurzzeitig irgendwas drüber läuft, ist es kein Thema. Ich mache das rauber und alles wieder gut. Ja, die Produktdatenblätter sagen aber auch auf der Seite 2 immer, wie gut das Produkt gegen entsprechende Medien geeignet ist. Da steht dann aber leider auch immer so ein bisschen, weil man will sich da natürlich auch von der Herstellerseite nicht festlegen. Dann heißt es ja, ist kurzfristig beständig. Aber es ist kurzfristig. Kurzfristig heißt halt nun mal nicht dauerhaft. Aber wie schon gesagt, wenn ich da mal unterm Fahrzeug was abdichte und da kommt mal ein Tropfen Öl dagegen, dann ist das nicht schlimm. Ja. Christian. Oh, soll ich jetzt wieder eine Frage stellen? Ja. Maximale Dicke der Dichtwurst. Das ist ein teurer Satz. Ja, ich weiß schon, dass du dir die ausgesucht hast, weil du die danach nicht fragen wolltest. Warum? Ich glaube bei dieser, weißt du da wieder um, da steht was von vegan. Aber kommen wir gleich zu. Bei maximaler Dicke der Klebwurst war, glaube ich, auch so ein bisschen mitgeschwungen die Frage. Man hat ja diese Sicken am Dach. Und wenn man da jetzt quasi sein Dachfenster einkleben möchte, gibt es ja so Spezialisten, die sagen, okay, dann machst du einfach drei Zentimeter Sica und dann klebst du das einfach ein. Ja, ich sage mal, die Höhe ist ja nicht das Problem. Also elastisch kannst du fast, ist nicht ganz richtig, was ich jetzt sage, aber mal so pauschal in den Raum geworfen, gibt es eigentlich keine so wirklich maximale Klebschichthöhe. Ja, das Problem ist ja dann immer wieder beim Thema Durchhärten dann die Breite. Ja, so, also du könntest jetzt drei Zentimeter in der Sicke hoch machen, solange die Kleberaupe dann von jeder Seite, ich sage mal, vielleicht auch nur höchstens drei Zentimeter ist. Ja, wieder dieser 15 Millimeter links und rechts, weil da ist dann meistens Schluss. Also man sollte eine Kleberaupe von der Breite sozusagen, nicht von der Höhe, nicht viel breiter machen als drei Zentimeter, weil irgendwann härtet es halt in der Mitte dann nicht mehr aus. Ja, weil es muss halt Luftfeuchtigkeit von links und nach rechts dran kommen und in der Mitte ist dann irgendwann halt Feierabend. Aber in der Höhe ist man eigentlich nicht so wirklich beschränkt. Und ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwas wahnsinnig hoch elastisch kleben würde, ich meine, irgendwann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich irgendwas zehn Zentimeter, dann habe ich da ja so ein wappliges Gummi da sozusagen. Ja, aber ich sage mal so, die Klebeverbindung, ob ich da jetzt zum Beispiel drei Millimeter, fünf Millimeter oder acht Millimeter hoch klebe, da sind die Unterschiede dann hinterher auch in der Festigkeit nur minimal unterschiedlich. Es wird natürlich, je höher ich elastisch klebe, wird es irgendwann mal schlechter, weil ich dann natürlich einfach mehr weichen Brei habe in der Verbindung. Aber wie gesagt, das fängt dann vielleicht bei 13, 14, 15 Millimeter, aber wer klebt auch schon viel höher als anderthalb Zentimeter? Aber wenn ich was abdichten will, zum Abdichten ist das okay, da kann ich auch drei Zentimeter hoch abdichten, nur ich darf halt nicht zu breit sein. Spannend, das heißt, also ich mache jetzt einfach mal wieder so ein bisschen den Dummi, wie die ganze Zeit schon. Ich habe ein Dachfenster, das wird sogar verklemmt mit einem Innenrahmen, das heißt, eigentlich muss ich es gar nicht kleben, ich kann es nur dichten. Ich habe eine Sicke, die ist so knapp zwei Zentimeter, das heißt, ich schmier dann alles richtig schön mit Dichtmasse voll und damit mir die Dichtmasse dann am Ende nicht übers Dach läuft, mache ich noch eine kleine, wie hast du gesagt, Stütznaht drumherum. Ja, ich hätte jetzt noch einen Tipp, weil ich diese Sicken-Geschichte, hat man ja oft auch bei Solarmodulhalterungen und was mache ich da? Jetzt speziell in dem Fall, es gibt im Baumarkt sogenannte Polyethylen-Rundschnüre in verschiedenen Dicken. Das ist einfach so eine Schaumwurst, hätte ich fast gesagt, aus Polyethylen-Schaum. Die werden im Bau auch genutzt als Klebstoffbremse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt diesen Fall habe, dann suche ich mir halt so einen Schaum, so eine Rundschaum-Geschichte, die halt ein bisschen höher ist als die Sicke. Also wenn die Sicke meinetwegen 15 Millimeter hat, dann nehme ich so ein Ding, was vielleicht 18 Millimeter hat, weil dann habe ich drei Millimeter Kompression. Das drücke ich dann sozusagen bis an den Rahmen von der Dachhaube nach hinten dran, weil ich will ja außen meinen Sikaflex haben zum Abdichten. Weil was wir beim Kleben oder beim Abdichten speziell nicht wollen, ist eine sogenannte Drei-Flanken-Haftung. Also dass du quasi wie ein U an allen drei Seiten von dem U Adhesion hast, weil wenn sich dann diese Geschichte bewegt durch Temperatur, dann kann es sein, dass es an einer Seite reißt. Und wenn du dann sozusagen hinten in die Sicke so eine PE-Rundschnur reindrückst, dann hast du ja an dem PE, haben wir ja gelernt, keine Adhesion. Das verhindert aber auch, dass du da sinnlos unendlich viel Sikaflex reinhältst, weil dann drückst, dann härtet es ja auch nicht mehr aus. Und dann applizierst du deinen Sikaflex gegen diese PE-Rundschnur und hast sozusagen dann nur eine Adhesion zwischen dem Rahmen oben von der Dachhaube und dem Dach unten in der Sicke sozusagen. Also jetzt müsste ich das mal aufzeichnen. Das ist jetzt hier so verbal schwierig zu erklären. Sehr spannend. Aber ich bin ja, ich weiß ja, dass Christian jetzt demnächst sein neues Fahrzeug ausbaut. Und da kann er genau das mal machen und zeigen, wie das dann funktioniert. Ja, also ich habe ja schon mal angeboten, wenn ihr wieder Workshops macht und so. Also das sind ja auch Sachen, die sind ja schnell gezeigt. Also so PE-Rundschnur habe ich auch bei mir im Keller. Das muss ja dann für den Fall nicht die richtige Höhe haben. Aber dass man mal das Prinzip erklärt und sagt, das drückst du jetzt da in das Loch rein und machst einfach vorne Sikaflex dran und fertig. So, ist eigentlich ganz einfach. Sehr schön. Christian, nächste Frage. Ja, nächste Frage. Ich muss jetzt die Frage stellen. Kann das sein? Ja. Gibt es umweltfreundliche, schrägstrich, vegane Klebeprodukte? Wo war denn die Frage versteckt? Unvorbereitet. Unvorhofft kommt auf. Ja. Gleich hüpft doch bestimmt irgendwo Greta aus der Kiste, oder? Ja, genau. Kann ich mit Kleber zwei Hamster zusammenkleben, oder? Irgendwie so weit. Davon rate ich ab mit den Hamstern. Auch vom Verzehr von Sikaflex rate ich auch ab. Ja, nee, dieses Thema umweltfreundlich ist tatsächlich so ein Thema. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja schon so ein Megatrend auf jeden Fall. Ich sage mal, ich glaube, das spielt ja eher darauf ab. Ich meine, jedes chemische Produkt verbraucht Ressourcen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Kartusche ist aus irgendwas. Der Inhalt ist aus irgendwas. Also von daher so. Also es gibt natürlich mittlerweile auch Hersteller, die bieten Klebstoffe an auf der Basis natürlicher Rohstoffe. Das hat sich aber, wenn ich jetzt mal so in der Industrie gucke und auch unsere Marktbegleiter hat sich das jetzt nicht so wirklich durchgesetzt. Ich glaube, was aber schon ein Punkt ist, ist so dieses Thema, was kommt denn aus diesen Produkten raus bei der Verarbeitung? Also dieses Thema Arbeitssicherheit. Ja, weil keiner, der mit einem Produkt arbeitet, möchte ja gerade, wenn er was im Innenraum abdichtet und schläft da mit Kindern drin und so, möchte ja nicht irgendeinen Mist einatmen. Das sind ja Leute, Asthma, Allergien oder sonstige Sachen kriegen. Und die Produkte, die wir, ja, ich sage mal, die Produkte haben halt auch in den letzten Jahren immer weiter eine Reduktion von organischen Lösemitteln erfahren. Es gibt auch viele Produkte, die sind lösemittelfrei. Also da einfach mal in das Produkt oder auch Sicherheitsdatenblatt reinschauen und sich dann unter diesen Gesichtspunkten was aussuchen. Und die Produkte, die wir jetzt auch fürs nächste Jahr rausbringen, die sind zum einen halt Isozianat, PVC-frei, Lösemittelfrei. Und jetzt kommt's, ganz neu bei Zika wird das Thema sein oder ist auch schon bei vielen Produkten das Thema Phthalat-frei. Also ich habe ja hier so eine Trinkflasche, da steht auch drauf BPA-free. Weil diese Phthalate, die haben so hormonähnliche Wirkungen und reichern sich auch im Körper an und können dann halt auch zum Beispiel erbgutschädigend sein und so weiter und so fort. Und wenn die Leute halt mit dem Finger da das Sika-Flex, da hatten wir wieder mit Handschuhen und so weiter. Wenn man natürlich da stundenlang irgendwelche Sika-Flex-Geschichten abglättet, ohne Handschuhe anzuziehen, dann kann das natürlich auf die Dauer auch ungesund sein. Und deswegen haben wir jetzt auch speziell für den DIY-Bereich Phthalat-freie Produkte, die gleichzeitig aber auch extrem emissionsarm sind. Es gibt dort so eine Art Zertifizierung, also das nennt sich Emi-Code. Kommt eigentlich aus dem Baubereich, dass wenn ich irgendwas abdichte, weil ich habe ja viele Metafugen im Haus und habe Fenster zu und so weiter und so fort. Und da ist die höchste Stufe EC1+. Also das ist so wie A++++ beim Kühlschrank, muss man sich das vorstellen. Und das haben auch die neuen Produkte fürs nächste Jahr. Also dass sie extrem emissionsarm sind, Phthalat-frei, Isozianat-frei und so weiter, sofort frei. Und was auch bei Sika ein Thema ist, dass wir auch das in Richtung Verpackung denken. Also wir versuchen auch zukünftig die Kartuschen, gerade auch die Kunststoffkartuschen aus Post-Consumer-recyceltem Material, also Sprichwort gelbe Tonne oder wie heißt das, grüner Punkt, gelbe Tonne und so weiter. Also dass das halt Kunststoffe sind, also recycelte Kunststoffe, die ihr, was weiß ich, Joghurtbecher oder was auch immer. Und dass dann daraus Kartuschen gemacht werden. Also es gibt diese Trends auch bei Sika absolut. Ich denke, jeder größer Konzern wird auch von seinen Investoren heutzutage gefragt, was man in der Hinsicht macht. Da reicht die Solaranlage auf der Betriebskantine irgendwann nicht mehr aus. Und man kriegt dann natürlich halt besser Geld von Investoren, weil das einfach ein Thema ist, was heute halt, ja, es ist halt ein Trend. Und dem muss man halt Rechnung tragen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde das klasse, dass wir da halt Produkte dann haben, die sozusagen für den Privatanwender in der Anwendung weniger gefährlich sind, als auch hinterher im Betrieb. Ja, weil es gab da sicherlich auch beim Marktbegleitern Produkten, da kommt halt mehr raus. Ja, sehr schön. Also ihr kennt das, dieser Neuwagengeruch, was ja alle so schön finden. Ich sage immer, am besten so ein Auto drei Wochen in die pralle Sonne stellen und danach mal ordentlich durchlüften. Sehr schön. Gut, Thema Nachhaltigkeit ist auch noch die letzte Frage und auch so ein bisschen Sparsamkeit. Es geht darum, wenn ich jetzt so eine Kartusche angebrochen habe, wie kann ich die lagern und wie lange kann ich die lagern, damit ich nicht, nur weil ich jetzt mal kurz einen Klecks gebraucht habe, das Ding gleich wegfeuern muss? Ja, da gibt es viele Tricks. Es gibt ein paar Produkte bei Sika, zum Beispiel Sika Flex 111 oder so gerade so gelbe Bauprodukte, die haben jetzt mehr und mehr schon solche, ich sage mal, Stopfen mit Gewinde. Ja, die kann ich dann sozusagen drauf machen. Wenn ich die Kartusche natürlich zu weit abgeschnitten habe vorne, dann geht das natürlich nicht mehr, weil dann das Gewinde weg ist. Aber generell gibt es so einen alten Trick, den ich eigentlich empfehlen kann. Und zwar, ich nehme einfach eine neue Düsenspitze. Also ich mache eine neue, also wenn ich die alte angeknitten habe, dann funktioniert der Trick halt nur, wenn ich eine neue Düsenspitze nehme. Ich nehme also eine neue Düsenspitze, drücke das Sika Flex, bis es vorne rauskommt, aus der Düsenspitze raus und haue mir dann noch eine Schraube da vorne rein. So, warum? Wir haben ja gelernt, Sika Flex braucht Luftfeuchtigkeit zum Aushärten. Wenn ich da eine Schraube drin habe, die besteht ja aus Metall und durch Metall geht ja kein Wasser durch. So, und damit ist das Thema erledigt. So, und dann kann ich halt, ich sage mal, so eine Kartusche, ich mache da auch immer gerne Experimente bei mir selber im Keller und probiere aus, wie lange das dann noch hält, habe ich schon angebrochene Kartuschen noch nach zwei Monaten weiterverarbeiten können. Es kann natürlich sein, in dem Moment, wo ich so eine Kartusche mal aufgemacht habe, dass mir dann sozusagen die Luftfeuchtigkeit über das Gewinde von der Düse reinkommt. Weil ja diese Kunststoffgeschichten von der Kartusche und der Düse, da sind ja auch Toleranzen drin in den Kunststoffbauteilen. Da kann halt auch Wasser reinziehen. Aber generell, es gibt auch Leute, die machen zum Beispiel Butyl, also dieses so Sika Lastomer oder von anderen Herstellern machen einfach diese Butyl-Geschichte außen an die Kartuschenspitze dran. Also der Trick ist halt immer Material rauspressen, bis oben das Sika Flex rauskommt aus der Düse und dann da irgendwas hinmachen. Butyl ist zum Beispiel sehr dicht. Einfach so ein Böppelchen Butyl da dran basteln oder halt eine Schraube, eine billige, verzinkte hier, irgendwas da reindrehen mit dem Akkuschrauber oder was. Und dann, wenn du weiterarbeiten willst, drehst du die Düse ab, machst eine neue drauf oder wenn du Glück hast und hast die Düse nicht durch die Schraube kaputt gemacht, kannst du auch einfach die Schraube rausdrehen und dann weiterarbeiten. Sehr cool. Ich sage mal, generell, ja, da gibt es, es ist halt auch zu empfehlen, die Kartuschen dann einfach auch nicht dann über 25 Grad zu lagern oder so. Also dann ist es halt besser, man bringt die in den Keller und so weiter, weil es ja wieder da, wo es kälter ist, ist weniger Luftfeuchtigkeit. Am besten ist, ihr packt das Sika Flex in den Kühlschrank. Mutti wird sie freuen. Mutti freut sich, ja. Und Vati abends wollte eigentlich da nochmal einen Schluck trinken und hat auf einmal Sika Flex am Hals. Da sind wir wieder bei den veganen Produkten. Warum schmeckt das so komisch hier? Andrea. Sehr schön. Du hast mir gerade meinen Akkustand leer gesaugt. Eine grandiose Folge. Also wirklich, wirklich krass. Wir haben viele, viele Fragen beantwortet. Ich habe schon wieder was gelernt und das will bei mir was heißen, weil ich bin lernunfähig und wirklich grandios und ich hoffe, euch da draußen hat es auch was gebracht, aber ich denke, wir haben so ziemlich alle Fragen beantwortet. Ansonsten haut euch der liebe Manuel noch die einzelnen Links in die Shownotes, wo ihr mal nachgucken könnt, was vor allen Dingen Haftung von Sika Flex und so weiter. Verlinkt auf jeden Fall auf die Camper-Seite von Sika, was wirklich sehr interessant ist. Und ich bin völlig platt, völlig begeistert, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen vielen lieben Dank, lieber Andreas. Ich gebe ab an Herrn Lemke. Ja, auch von mir herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und wir packen das ja auch wieder auf YouTube, wenn nichts schief geht. Und da können wir natürlich auch schauen, wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen, dass wir die eventuell im Nachgang dann auch noch beantworten. Andreas, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr gerne. Hat auch Spaß gemacht. Da waren ja wirklich auch ein paar lustige Fragen so dazwischen. Und ja, ich kann mich nur noch mal bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier für die Firma Sika da ein bisschen was zu erzählen. Und ansonsten, wie schon gesagt, ich werde alle Fragen, also ich sage mal, das Best auf der Fragen packen wir auch noch mal auf unserer Caravan-Seite. Da gibt es so eine Rubrik Fragen und Antworten. Und das lebt halt auch wirklich von den Fragen, die reinkommen. Deswegen, hier waren wirklich klasse Fragen dabei. Und ich denke, da haben die meisten auch was davon und können was mitnehmen. Perfekt. Super. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Und wir hören uns dann einfach in 15 Tagen wieder. Bis dahin, wir hören uns. Ciao. Ciao. Ciao.